Hallo liebe Jugga, der Jugga Jahresrückblick kommt nur mit Verspätung von fast einem Jahr online. Grund dafür waren sowohl technische Herausforderungen als auch Zeitmangel auf meiner Seite. Jetzt ist er aber fertig und ich möchte ihn euch nicht länger vorenthalten. Mein Dank geht ganz besonders an Marius, der mir die Schnittarbeit abgenommen hat und natürlich an meine tollen Gesprächspartner Ronja und JJ. Euch jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich Willkommen zu Handtrefferkopf, dem Jugga-Podcast. In den nächsten 2x100 Steinen beschäftigen wir uns mit der Jugga-Saison 2021. Dafür habe ich zwei bezaubernde Gäste bei mir. Hallo Ronja, hallo JJ. Hallo. Hi. Bevor wir gleich über das vergangenen Jugga-Jahr reden, stellt euch doch bitte einmal vor. Ronja, woher kennt man dich? Also ich spiele bei WTF in der vergangenen Saison, habe ich dann aber auch zwei Turniere bei FKK mitgespielt. Ich bin Kettenspielerin, mache das jetzt schon seit 5,5 Jahren und es macht echt Spaß. WTF zur Ergänzung sind die wütenden Tintenfische aus Kiel. Genau, das ist die Jugendmannschaft da. Ja, ich bin Jakob bzw. JJ von den jetzt aktuell Seven Sins. Spiele glaube ich seit Ende 2015. Erste richtige Saison habe ich aber 2016 gespielt. Damals vor gefühlten Ewigkeiten, sechs Jahren, noch bei der Kudor-Vereinigung aus der Ecke von Hessen oder in der Mitte von Hessen ungefähr. Wir kamen Ende 2019 aus einem Pandemie-Winter und zu der Zeit waren alle Trainingsmöglichkeiten zumindest in der Halle ja untersagt, wenn ich mich recht entsinne. Ich nehme an, euch ging das ähnlich. Wenn dann überhaupt, gab es nur vereinzelte Training draußen und das auch nur in kleinen Gruppen. Wie habt ihr euch fit gehalten? Habt ihr zum Beispiel einen Online-Training-Anspruch genommen? Tatsächlich ich gar nicht. Also einerseits von keinem Team, was das öffentlich zur Verfügung gestellt hat, aber auch andererseits gab es bei uns, bei den Teams, wo ich trainiere, keine Möglichkeit dazu. Fit gehalten habe ich mich gar nicht. Ich habe Weihnachten genossen, aber habe versucht immer noch auf meine Ernährung zumindest so ein bisschen zu achten, aber wirklich fit war ich dann zu Beginn der Saison nicht. Mit Ernährung meinst du schön die Turnierernährung beibehalten, Chips und Kekse? Nein, möglichst low-carb beziehungsweise eiweißreich und ballaststoffreich. Also bei uns gab es auch nicht wirklich ein Online-Training. Wir hatten, glaube ich, so eine Fitness-WhatsApp-Gruppe. Da gab es Menschen, die motivierter da rangegangen sind als ich persönlich. Ich habe da halt nicht so unglaublich viel Fitnesstraining gemacht oder so, aber es gab bei uns im Team schon Leute, die das regelmäßig und ich würde jetzt mal sagen auch vernünftig durchgezogen. Wir haben und laufen gegangen sind und Fitnessübungen gemacht. Es war schon vertreten, aber es gab jetzt nicht so wirklich ein, wir treffen uns alle online und machen irgendwie gemeinsam auf Ort. Wir hatten ein teaminternes Online-Training. Das haben wir dann bis zum Frühjahr fortgesetzt und dann ist es so langsam ausgefedert, als es dann die Möglichkeiten gab, wieder mehr vor Ort mit Leuten zu trainieren. Da hat man gemerkt, dass der Bedarf halt schlagartig wieder weggefallen ist. Aber für die Zeit, die es war, fand ich es sehr, sehr angenehm. Zum einen natürlich auch irgendwie die Motivation zu haben, sich selbst mal zu bewegen, zu betätigen über das, was man gerne machen würde, hinaus und auch mal gezwungen werden, ein bisschen mehr zu machen. Und gleichzeitig auch einfach das Team wieder zu sehen und mit denen was zu machen. Also im Anschluss vom Online-Training gab es dann immer groß Videoabend oder Streaming oder irgendwelche Online-Spiele und so. Das habe ich in dem Sinne schon sehr genossen. Das wollte ich gerade fragen. Wie habt ihr das denn gestaltet? Also war das hauptsächlich eine Taktikbesprechung oder halt Fitnessübung? Also du hast ja schon gesagt, dass ihr auch sportlich betätigt habt. Aber habt ihr dann auch Taktiken gesprochen oder Situationen am taktischen Spielbrett ausgeknobelt? Also wir haben uns gemeinsam warm gemacht. Wir haben dann immer einen Technikteil gemacht. Wobei wir halt dadurch, dass es ein Online-Training ist, kannst du ja bestimmte Sachen halt nicht tun. Zum Beispiel Dinge, die Gegner involvieren. Das heißt, wir haben viel an unseren Haltungen gearbeitet, an der Stabilität, haben so die Methodik der Angriffe quasi trainiert. Klar, du kannst keine Angriffsfolgen üben, wenn du keinen Widerstand hast und so. Aber einfach so, dass dir die Körpermechanik stimmt. Und das hat uns auch mehr oder weniger, weil wir es sehr kleinteilig gemacht haben, den ganzen Winter beschäftigt. Und ein Ergebnis davon ist ja auch der Königsweg, wo wir dann die Beinarbeit vorstellen. Das ist quasi ein direktes Produkt aus dem Online-Training. Sehr gut. Habe ich den Podcast gehört und das Video gesehen. Hat mir gut gefallen. Das freut mich aber. Das haben wir ja dann, ich glaube im Februar oder im März gedreht. Da waren wir dann nur zu dritt, weil es auch schwierig anders ging. Und das war schon, also der Dreh war insofern anstrengend, dass man natürlich einfach kein Personal überhat. Wir haben jetzt ja vor kurzem eine neue Episode Königsweg gedreht und da haben wir mit luxuriösen sechs Leuten gedreht. Dann konnte man mal Rollen verteilen und Aufgaben und so. Das war da nicht möglich. Von daher bin ich mit dem Produkt schon ganz zufrieden. Und allerdings haben sich auch relativ viele Flüchtigkeitsfehler oder Fehler, die man von außen hätte korrigieren müssen. Aber es gab niemanden, der außen war, weil Nicolai war hinter der Kamera, der hat sich mit seiner Technik beschäftigt. Und wenn sie Ebi und ich dann Haltungsfehler oder so gemacht haben, dann sind die Leila jetzt in dem Video drin. Wobei ich fand das trotzdem sehr informativ. Ähnlich wie die ersten beiden Königsweg-Haltungen, auch wenn du die ja später nochmal im Nachhinein gerne neu aufgenommen hättest, zumindest was die Haltung angeht. Aber allein um das Prinzip dieser Fechthaltung zu verstehen, was die Vorteile sind und was die minimale Nachteile sind und was man doch für einen Riesenbogen an Vorteilen daraus hat, allein das schon halbwegs bildlich zu sehen, auch wenn das vielleicht nicht 100% richtig war, hat mir doch sehr, sehr gut gefallen und hat mir auch Inspiration gegeben, vielleicht was an meiner Haltung oder Fechtbeinarbeit zu ändern. Ah, ich habe mich berührt. Ja, also die ganze Sache Fechthaltung in den letzten zwei Monaten oder so, das ist recht groß geworden im Training. Beim Aufwärmen und so haben wir dann halt auch ab und zu mal so, wie stelle ich mich vernünftig hin, wie stelle ich die Füße hin, wie genau knicke ich dann ab und so. Also wie mache ich das Ganze und wie benutze ich es effizient? Das ist dann schon im Training ein bisschen größer geworden. Und ich habe jetzt auch bei mir persönlich gemerkt, dass das teilweise auch was bringt, aber manchmal ist es auch im Kettenspiel nicht ganz so sinnvoll. Also es gibt immer Momente, wo man es gut einsetzen kann und dann gibt es Momente, wo man, wenn man die Fechthaltung benutzt, das eigentlich einem nicht so viel bringt. Aber man ist beim Kettenspielen auch allgemein in einer etwas abgeänderten Fechthaltung, würde ich mal sagen. Da bin ich nicht das beste Beispiel, weil ich halt nicht pompfe. Und ich glaube, da ist das schon deutlich effektiver einsetzbar. Also wir behandeln das Kettenspiel ja in den Videos auch relativ stiefmütterlich, weil es sich eben nicht so klar übertragen lässt wie im Pompfenduell. Also Pompfe gegen Pompfe, am besten noch gleiche Reichweite, also Q-Type gegen Langpompfe oder Stab gegen Stab. Das ist sauber. Und dann kommt so eine Kette oder so ein Schild und das ganze Konzept, alles ist durcheinander. Damit muss man leider leben, aber das macht das Jager natürlich auch so interessant. Ich habe dann zwischendurch auch noch bei anderen Online-Trainings reingeschaut. Also Münster hat eins gemacht, da war ich ab und an ein paar Mal, zweimal oder so dabei. Die Leute um die Slot-Maschinen drumherum, also auch noch so ein paar Stuttgarter, ein paar Laufender, haben auch immer ein Online-Training gemacht, da haben Sibi und ich dann Gast referiert. Da hat man nochmal ja auch noch so eine andere Perspektive, weil die natürlich, also wenn wir bei den Porns Training geben, das haben auch Sibi und ich hauptsächlich gemacht, dann kennen wir das Team ja und wissen genau, wo die Leute die Problemstellen haben. Und da war es jetzt natürlich eine unbekannte Gruppe und dementsprechend hatte man nochmal eine andere Sicht auf die Dinge. Das war auch ganz lehrreich. Zunkin hatten noch ein Training, das haben die glaube ich auch mal online gestellt oder so. Ich habe da auf jeden Fall was von gesehen und halt das öffentliche Training von Bonn, da habe ich auch mal reingeschaut. Das hat sich aber irgendwie mit einem anderen Termin gedoppelt und dann konnte ich da nicht mehr mitmachen. Aber ich habe da mal überall so ein bisschen reingeschnuppert und geguckt, was geht. Und gerade diese Reduktion zu haben, okay, jetzt kann ich mich im Winter wirklich nur mit mir selbst beschäftigen, mit meiner Beinarbeit und so, war dann etwas, was ich in der Saison irgendwie schon gemerkt habe. Okay, jetzt hat man so ein bisschen mehr Fokus darauf und kann das so ein bisschen leichter umsetzen, weil sonst, wenn du halt in der Saison Training gibst, dann hast du Neulinge, dem willst du was beibringen, dann hast du irgendwie bestimmte Sachen mit deinem Team, die du trainieren willst, irgendwelche Baustellen, aber du kommst irgendwie gar nicht zu dir. Und das finde ich, ich hätte auch ohne Pandemie-Winter gekonnt, aber ist doch ganz gut was rausgekommen. Jetzt lasst uns aber ernsthaft in die Saison 2021 einsteigen und das Erste, was ich mir notiert habe, ist, dass ein Podcast, ein Jaguar-Gestein zurückgekehrt ist mit Pompfen und Trompeten. Seid ihr damit vertraut? Matteo ist das, oder? Von Lokomotive Black Ninja, wenn ich richtig informiert bin. Aber ich bin tatsächlich nicht vertraut, ich habe das nur beilaufend mitbekommen. Ja, nee, also Pompfen und Trompeten, das habe ich schon mal gehört, aber ich habe mich damit ehrlich gesagt noch nicht so viel beschäftigt. Ich bin jetzt hier, eigentlich bin ich in diese ganze Jaguar-Podcast-Welt erst reingerutscht, als du warst so, hey, willst du beim Podcast mitmachen? Ich war mal so, ich sollte mir wenigstens eine Folge mal angehört haben. Jaguar-Podcast-technisch bin ich noch nicht so ganz in der Welt. Also Pompfen und Trompeten ist der Podcast von Matteo, Lokomotive Black Ninja und Niki, ich glaube ehemalig Hannover, dann auch Lokomotive, beziehungsweise wohnt jetzt in Osnabrück. Und die hatten den vor Jahren, ich weiß gar nicht wann, 2017, 2018 oder so schon mal gemacht, also halb Pöbel, halb Jaguar, halb Trash-TV-Podcast, also relativ frei und auf Unterhaltung getrimmt. Haben sie dann irgendwann aber auch eingestellt. Ich glaube, Ursache war, dass sie irgendwie mit Ippu eine Aufnahme machen wollten, das irgendwie zweimal nicht geklappt hat und dann, also sie hatten die Aufnahme und dann ist sie verloren gegangen oder irgendwer hatte seine Spur nicht aufgenommen oder so und dann ist es da irgendwie stecken geblieben. Und den haben sie jetzt, ja, ich denke auch pandemiebedingt wieder aufgenommen und reden über Jugga, während es keinen Jugga gibt. Und sind dann natürlich aber im Laufe der Saison auch wieder zu Turnieren gefahren und konnten das dann auch mitnehmen. Und ich finde diese Mischung ganz angenehm, also ehrlich gesagt, manchmal, wenn es dann um irgendwelche Trash-TV-Formate geht, muss ich dann auch skippen. Aber gerade Matteo ist natürlich einfach ein großartiger Erzähler und wenn man die Fremdscharmen über die Peinlichkeiten, von denen sie erzählen, aushält, dann finde ich, ist es ein sehr unterhaltsamer Podcast. Genau, der lief das ganze Jahr über und ich glaube, jetzt haben sie eine kleine Winterpause angekündigt, wenn ich das richtig im Kopf habe und dann werden wir mal schauen, ob das nächste Saison weitergeht. Ich freue mich immer über jedes Medienangebot, was wir im Jugga haben. Definitiv, mehr Medien, mehr Input. Irgendwas mit Medien ist immer gut. Dann lasst uns doch endlich mal mit Turnieren anfangen. Tatsächlich im ganzen Frühjahr gab es nichts. Im Juni gab es die Berlin Miners, das war ein Einladungsturnier im Berliner Kreis. Da war keiner von uns anwesend, aber es gibt Aufnahmen davon, ich glaube, auf dem Kanal von David. Und das erste richtige Turnier oder freie Turnier zum Teilnehmen war der vierte Württemberger Cup in Laufen. Da waren doch bestimmt die Seven Sins da. Ja, die Seven Sins waren da. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wie bisher haben wir den vierten Württemberger Cup in Laufen meines Wissens nach bis jetzt immer gewonnen. Beziehungsweise nicht den vierten Württemberger Cup, sondern den Württemberger Cup bis jetzt immer gewonnen. So auch dieses Jahr. Nicht ganz ungestraft von Sebi, der uns diesmal unterstützt hat. Und Julian von Rigor, da hauptsächlich als Kettenspieler. Und Sebi als Läufer. Der Württemberger Cup ist wie die meisten laufender Turniere ein Ein-Tagesturnier gewesen, richtig? Ja. War ein Tag, war ein spannendes Juggern. Und ein schrecklicher Start in die Saison. Also mal wieder die Knochen auf Vordermann zu bringen und wirklich den ganzen Tag zu juggern. Das ist nochmal ein bisschen was anderes wie so eine Stunde 30, zwei Stunden Training. Das hat man auf jeden Fall da gemerkt. Auch gerade ein großes Linienspiel mit Feldaufbau, was wir bei uns im Training leider nicht haben. Das war auch nochmal was komplett anderes. Wie schlimm war es nach dem Turnier? Dank Magnesium erträglich, Heimfahrt schrecklich. Dann, das nächste Turnier, was anstand, war tatsächlich schon das siebte Südwestregionalturnier in Homburg. Ich war nicht da, aber ich nehme an, aus der Südsphäre hast du das auch mitgenommen, JJ? Ja, ich habe das auch mitgenommen. Da habe ich gespielt bei NRG. Und das war ein echt richtig, richtig witziges Turnier, weil man Steine wieder gespielt hat, anstatt Sätze. Und das wurde auch von der Orga, ich will nicht sagen durchgeprügelt, aber das beschreibt die Situation, glaube ich, ganz gut. Es wurde auf jeden Fall stark umgesetzt, dass Steine gespielt werden und keine Sätze. Auch, dass elektronische Trommeln verboten waren, war auch so ein Punkt, was auch irgendwie ganz interessant war. Gerade die Steine, wenn es keine elektronischen Trommeln gibt, bei zwei bis vier Trommeln, die auf einem großen Spielfeld gleichzeitig laufen, ist das schon sehr witzig, anstrengend und größtenteils verwirrend für Leute, die Steine zählen. Also ich glaube, wenn ich die Chance gehabt hätte, da hinzufahren, hätte ich das trotz Steine spielen gemacht. Und da hatte ich echt, ich sage mal, Jugga hinzu. Da wollte ich spielen und auf Turniere, aber Homburg hatte ich da nicht wirklich mitbekommen oder eine Chance gehabt, da so wirklich mitzuspielen. Aber ich glaube, ich hätte mir die Steine auch so angetan. Homburg ist trotz allem, dass Steine gespielt werden und es Trommeln gibt, eigentlich trotz allem sehr gut organisiert. Also gerade mit Corona-Testnachweis, beziehungsweise wie das ablief, mit Impfausweis vorzeigen, sonst kommst du nicht in den Checkbereich und so, war das schon sehr gut organisiert. Und auch der Platz und so war alles richtig gut. Auch diesmal der Pompfen-Check hatte gar keine Probleme bei uns gemacht. Also war eigentlich, was die Organisation angeht, schon sehr, sehr gut ausgeführt. War das ein offener oder geschlossener Pompfen-Check? Es war ein geschlossener Pompfen-Check. Also du hattest die Pompfe abgegeben, einen Sticker bekommen, wenn durch oder halt ein kleines Zettelchen dran, was an der Pompfe nicht in Ordnung war. Ja, ich bin eigentlich überrascht, weil alle Turniere, die ich diese Saison gespielt habe, wurden mit einem offenen Pompfen-Check gemacht. Das heißt, während die Leute geprüft haben, konntest du schon die Leute einreden und nicht erst hinterher, wenn quasi das Urteil schon feststand. Und das ist einfach aus meiner Erfahrung extrem stressig für die Leute, die die Pompfen checken. Das ist eigentlich ganz gut, wenn du Ruhe hast, du machst deinen Check, kommst mit der Pompfe raus, machst einen Zettel dran und redest dann halt darüber, was damit ist. Ja, so war es eigentlich auf dem Turnier auch. Du hast die Pompfe abgegeben, dann hast du deinen 3G-Nachweis, müsste es damals oder zu dem Zeitpunkt gewesen sein, ja gemacht. Die haben das dann kontrolliert und in der Zeit wurden die Pompfungen gecheckt. Wenn du aber deinen Sticker bekommen hast, war zum Beispiel, keine Ahnung, Stechspitze, Knauf, was auch immer, nicht in Ordnung. Dann hattest du nochmal die Möglichkeit nachzufragen und dann zu diskutieren. So wie man es eigentlich mittlerweile, finde ich, größtenteils, zumindestens ich kenne. Es gab, glaube ich, auch große Diskussionen, was abgeklebte Kernrohre anging, weil ja Epoxidharz nicht als Splitterschutz gilt. Anscheinend. So, dann lasst uns doch mal den sonnigen August betreten und da fand, ich denke, eins der wichtigsten Turniere statt, nämlich die Thüringer Meisterschaft. Die war im Vorfeld ja heiß diskutiert, weil die Zonkinder es sich erdreistet hatten, eine Gender-Regelung einzuführen, nach der mindestens zwei Spielende pro Spielzug nichtmännlichen Geschlechts sein sollten. Das wurde dann geändert, glaube ich, auf eine Person auf dem Feld und mindestens zwei im Team. Genau. Und es wurde dann später noch geändert von nichtmännlich hin zu ein anderes Geschlecht oder sich als anderes Geschlecht fühlend von dem Rest des Teams. Also du hättest auch nicht mit einem reinen Frauenteam spielen können. Das wurde später auch nochmal angepasst, glaube ich. Es ging heiß her im Forum seit langem mal wieder. Wir hatten, das muss ja die Regelwahl 2019, 2020 gewesen sein, wo dann die gendergerechte Sprache im Regelwerk festgelegt wurde. Da kamen ja auch schon so ein paar Ansätze von Leuten durch, die der Meinung waren, nee, also jetzt habt euch mal alle nicht so, ist schon okay, dass es hier männerdominiert ist und so. Bei der Genderquote ist es dann nochmal deutlich geworden, dass es keine offene Aversion gegen Frauen und diverse Geschlechter gibt, aber dass halt von den privilegierten Männern einfach nicht erkannt wird, dass es halt eben nicht ein freies Feld ist, wo sich jeder beliebig durchsetzen kann, sondern dass insbesondere Frauen natürlich auch einfach quasi immer gegen den Wind kämpfen, wenn es dann um Positionierung oder Spielbeteiligung nehmen. Aber Ronja, du kannst das natürlich aus erster Hand berichten. Also ich schüttel schon den Kopf. Es ist bei mir jetzt auch ein bisschen anders, weil ich halt im Jugendteam angefangen habe zu spielen und wir halt, als wir angefangen haben, das war jetzt 2015, da war ich 13 oder so. Und dann kennt man sich einfach als Gruppe jetzt schon ewig. Man weiß, wie die anderen spielen und ich weiß nicht, es kann auch ein bisschen was damit zu tun haben, dass ich Kette spiele, dass ich mich da dann halt nicht so viel bei den anderen durchsetzen muss, weil das halt eine Position ist, wo man diese Feldkontrolle und dieses Ich-bin-hier und teilweise braucht man auf dem Feld auch ein großes Ego, um diesen Raum zu füllen, sage ich jetzt mal. Die Kettenspieler sagen ja gerne, der Ball dreht sich halt nur um uns. Das ist eine großartige Formulierung, man hört die zum ersten Mal. Ich weiß nicht, warum du die zum ersten Mal hörst, aber als ich diese Formulierung gehört habe, war ich so, das fasst Kettenspielen eigentlich recht gut zusammen. Das ist halt so ein bisschen meine Erfahrung, weil ich halt diese Kombination habe aus, wir haben als junge, also als sehr junge Gruppe gemeinsam angefangen und ich spiele Kette, hatte ich jetzt nicht wirklich das Gefühl oder das Problem, dass ich um meine Position wirklich kämpfen muss. Also am meisten muss ich dann mit meiner Schwester um die Position kämpfen, aber das ist dann halt auch ein Kampf zwischen Frauen. Also ich habe mich da jetzt nie irgendwie das Problem gehabt, dass sie gesagt wurde, nee Ronja, spiel mal nicht, das machen wir mal jemand anderen ran, der das besser kann, im Sinne von irgendein Typ, der das besser kann, weil bei uns ist halt, spielen halt die Mädels Kette so. Also hatte ich bisher nicht wirklich das Problem, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei einer eher pompferischen Position, da teilweise Leute unterschätzt werden oder einfach aufgrund von Vorurteilen vielleicht nicht reingestellt werden. Aber persönlich habe ich da jetzt nie irgendwelche so Erfahrungen gemacht und einfach die ganze Jugga-Community immer als sehr offen wahrgenommen. Also hatte ich da bisher nie wirklich irgendwie Probleme, was sehr schön ist. Das freut mich auch. Ich denke auch, dass je mehr die Leute quasi damit gewachsen sind und das erfahren haben, okay, wir haben hier Spielerinnen und offensichtlich performen sie sehr gut, und dass dann eben dieser Widerstand auch fällt, wenn eben diese Erfahrung fehlt und die Leute quasi nur auf das reagieren, was dann einfach die optischen Reize sind. Okay, da rennt jemand schnell oder da schlägt jemand doll zu. Dann setzen sich anscheinend leider die männlichen Spieler zum Großteil durchfällig. Es sind auch irgendwelche Aspekte vom angelehrten Sozialverhalten. Das wage ich gar nicht zu beurteilen, aber kann ich mir auch vorstellen, dass das auch Einflüsse hat. Aber du bist auch eine der wenigen Kettenspielerinnen. Wie bist du überhaupt zur Kette gekommen? Ich habe angefangen, ich bin tatsächlich über den Tag des Sports zum Jugga gekommen. Und es war so, ich hatte das Jahr davor das Jugga schon mal gesehen und auch für mich entdeckt und fand es großartig. Aber zu dem Zeitpunkt und auch anschließend noch war es halt so, dass wir halt anschließend direkt Tauchtraining hatten. Und das habe ich schon so seit, also ich bin praktisch gefühlt im Wasser geboren. Das heißt, das war zu dem Zeitpunkt einfach wichtiger für mich als irgend so ein neuer Sport. Und meine Eltern haben mich halt auch überzeugt, dass es vielleicht sinnvoll ist, nicht direkt zwei Sportarten direkt hintereinander zu machen. Aber als wir dann im nächsten Jahr, 2016, dann wieder auf den Tag des Sports waren und wieder irgendwie, keine Ahnung, vier Stunden beim Jugga hingen, haben wir es dann geschafft, unsere Eltern zu überzeugen, dass wir Jugga spielen können. Das heißt, meine kleine Schwester und ich sind dann halt zum Jugga-Training und haben beide, glaube ich, mit Q-Tip angefangen tatsächlich. Und dann haben wir auch eigentlich ein Dreivierteljahr oder so Q-Tip gespielt. Und dann sind wir raus wieder aus der Halle. Das war dann halt, ich würde sagen, jetzt mal im März sind wir halt auf die Wiese raus und da hat man halt auch mehr Platz. Und Lucy und ich haben beide so das Kettenspielen während der Zeit schon mal so angeschaut gehabt, vielleicht auch ein bisschen angehimmelt und fanden das beide sehr, sehr cool. Zu dem Zeitpunkt hatte unser Team auch noch einen anderen Kettenspieler. Der spielt jetzt auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Aber da war halt sozusagen diese Position schon ein bisschen gefüllt. Und wir hatten während der Halle schon mal unseren Trainer angesprochen und das ist halt Daniel und das ist mittlerweile auch immer noch Daniel. Und der war halt so, okay, erstens lernt erstmal ein bisschen Jugga und es war halt drin in der Halle, wo man auch nicht so viel Platz hat, was das Kettenspielen dann auch eher ein bisschen einschränkt, würde ich sagen. Also sind wir halt raus auf die Wiese und hatten da viel Platz und man konnte es auch machen, dass die einen irgendwie gepompft haben gegeneinander und man dann sozusagen, das haben wir früher ganz oft gemacht, dass das dann sozusagen eine Person mit den Trainern an den Rand gegangen ist und irgendwas geübt hat. Und dann war ich so, okay, ich möchte jetzt Kette spielen. Das ist cool. Bring mir das bitte bei. Und ich muss sagen, der Anfang war schwer, aber vieler Anfang ist schwer. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Es war diese Kontrolle und es war dieses, man hatte einfach das Gefühl, dass man stark ist und ein bisschen unbesiegbar teilweise. Und das ist halt etwas, was total toll ist und man in vielen anderen Orten einfach nicht wirklich hat, würde ich mal sagen. Also es gibt immer Einschränkungen. Klar, bei Kettenspielen gibt es auch einschränkungen. Und es gibt einfach dieses, man fühlt sich einfach stark und es ist sehr schön einfach. So und dann ging halt dieses Ganze, wir upgraden unsere Kette los. Was für Ketten hast du da gespielt? Ich glaube, es war keine Gliederkette mehr, wo ich angefangen habe. Also die lag noch rum. Ich glaube, die wurde auch noch benutzt. Aber dann war es halt so, ach, also meine kleine Schwester ist ja vier Jahre jünger. Also ich war 13, die war neun. Da waren die auch so, okay, ja gut, wir geben dem Kind nicht die Gliederkette. Da haben wir dann halt immer von Daniel so die Kette geklaut. So er ist Trainer und wir schnorren mal die Kette so, wenn er am Rand steht und irgendwie Tipps gibt oder so. Hatten wir dann diese fancy neue Gurtbandkette, die nicht so schwer war. Weil wir sind ja die kleinen Mädels. Da können wir ja nicht mit der Gliederkette ankommen. Das ging halt nur, wenn er nicht gespielt hat. Das heißt, wenn er dann halt Bild spielen wollte, dann mussten wir halt zurück zur Gliederkette. Aber das waren dann auch nur so, ich glaube, so drei Monate oder so, bis wir uns dann unsere eigene Kette gebaut haben. Wenn nicht weniger. Und zu dem Zeitpunkt war, wie gesagt, noch Timo dabei. Das heißt, es gab dann noch diese Konkurrenz von wegen, er spielt eher. Und irgendwann hat er dann aus familiären Gründen und ich glaube auch irgendwas mit ihm ging es halt auch gesundheitstechnisch nicht so gut, hat er dann aufgehört. Und ja, das klingt jetzt vielleicht gemein, aber das war dann gut für uns, weil dann Lucy und ich halt die einzigen Ketten im Team waren und halt nicht mehr diese Konkurrenz hatten. Aber, ja, also so fingen wir dann an mit Kette spielen und wir haben halt nicht mehr aufgehört. Und jetzt sind wir jetzt Kettenspieler. Und irgendwann war das so, okay, ja Q-Tip, egal. Und der fiel dann immer weiter weg. Und mittlerweile ist es so, wenn ich jetzt ein Q-Tip in die Hand nehme, bin ich so, boah, ich kann Hand sagen und pinnen. Was ist diese Welt? Ein ganz andere Jugger-Welt. So, aber, ja, das sind Lucy und ich halt die Kettenspieler und es macht halt Spaß. Warst du dann auf der Thüringer Meisterschaft in Jena? Ja, ich war dabei, aber ich habe bei FKK gespielt gehabt, weil WTF nicht hin ist. Und ja, das war halt, diese ganze Sache mit der Genderquote, würde ich sagen, war im Grunde eigentlich eine ganz, okay, es war keine schlechte Idee und so, aber teilweise war es auch für mich in der Umsetzung scheiße, weil es so war, also ich glaube, das andere Mädel bei uns im Team war Jamie. Und manchmal war es einfach so, Jamie und ich haben gleichzeitig gespielt, weil es wegen der Taktik und so einfach sinnvoll war, weil Jamie ist mittlerweile ein sehr, sehr guter Kettenblock, also die darf man nicht mehr unterschätzen. Also die hat, glaube ich, irgendwie den Corona-Winter damit verbracht, Kettenblock zu üben, wie auch immer sie das alleine geschafft hat. Da empfehle ich das Spiel FKK gegen Rigor aus Laufen. Das habe ich auch schon gehört. Also Jamie, krasser Kettenblock. Das heißt, und dann war ich in der Kette und Jamie war Kettenblock und dann haben wir halt gleichzeitig gespielt und dann war so, okay, wir brauchen mehr Pause. Geht nicht mehr, wir müssen mal zu Atem kommen. Und dann war es so, nee, sorry, einer von euch muss spielen, wir brauchen eine Frau auf dem Feld. Also in der Umsetzung war es dann für mich teilweise echt doof, weil es war so, Leute, ich kann nicht mehr. Und es war so, hey, Ronja, du musst spielen. Also hat es ein bisschen einen gegenteiligen Effekt von dem, was eigentlich geplant war vielleicht. Also es war dann eher so, ich wurde dazu gezwungen zu spielen. Nicht, dass ich mich da jemals wirklich beschweren würde, weil Jaga ist cool und ich spiele gern. Aber teilweise war es dann echt so, wir hatten ein anstrengendes Spiel und dann brauchte man eigentlich eine Pause und dann haben wir beide uns da immer durchgekämpft, während der Rest halt mehr Pause machen musste. Also das war tatsächlich mein erstes Turnier mit FKK, wo ich halt nicht bei WTF gespielt habe. Das liegt teilweise daran, dass ich glaube, das erste Mal, wo sie es mir angeboten hatten, war ich 16. Aber das war irgendwie so, hey, willst du mit nach Wien? Da haben sich meine Eltern dann dagegen gestellt. Das fanden sie nicht so gut. Wien ist doch eine schöne Stadt. Ja, aber es ist ein bisschen weit weg. Und dann kam das in dem Jahr auch nicht mehr wirklich auf und dann kam Corona. Und dann war nichts mehr an Turnieren. Also ich glaube, das Jahr davor waren dann irgendwie so ein Turnier, wo FKK dabei war oder so. Ich will mich jetzt hier nicht aus dem Fenster lehnen und irgendwas Falsches erzählen. Aber so, es war halt eigentlich nichts los. Und dann war dieses Jahr, ich war 18 geworden. Ich hatte gerade mein Abi gemacht. Ich hatte nicht viel so andere Dinge zu tun, außer aufs Studium warten. Und ich war so, okay, ich fahre jetzt auf Turniere. Und ja, also mittlerweile ist es auch so, dass Training ist, wir Jugendlichen schwappen alle langsam ins Erwachsenentraining über. Wir benutzen dann sozusagen beide Trainingszeiten. Also die kennen mich alle und ich spiele mit denen allen schon seit Jahren so beim Training zusammen und so. Und das war dann so, hey, wer will mitkommen aufs Turnier? Und ich bin halt auch in der Gruppe und da war so, ja, ich würde gerne mitkommen. Und wurden nie irgendwie angezweifelt oder gefragt oder so. Also ich bin schon irgendwie Teil des Teams. Es ist ein bisschen, die Grenzen würde ich mal sagen verschwimmen. Außer man hat beide Teams angemeldet. Dann gibt es eiserne Fronten. Dann muss nämlich bewiesen werden, wer das stärkere Kieler Team ist. So, die Jugendlichen oder die Erwachsenen. Aber ja, dann bin ich halt mit FKK nach Jena gefahren. Und ich kann jetzt sagen, dass ich glaube, ich dann halt ein bisschen weniger gespielt hätte. Für WTF würde ich jetzt sagen, also wenn ich eine Pause hätte gebraucht, gebraucht hätte, dann hätte halt Lucy gespielt. Oder Lucy hätte gespielt, auch wenn ich keine Pause gebraucht hätte, weil sie halt auch spielen soll. Also ich hätte allgemein weniger Spielzeit gehabt, wenn es diese Regel nicht gegeben hätte. Aber ich hätte trotzdem, ich glaube, im Durchschnitt ein bisschen mehr Spielzeit gehabt als so der normale Pomfer, würde ich mal sagen. Einfach weil, naja, also bei WTF gibt es halt mich und Lucy an der Kette. Und es muss halt, eigentlich muss immer eine Kette auf dem Feld stehen, einfach für die ganzen Taktiken und so. Also wir haben auch teilweise schon nur ohne Ketten gespielt, wenn wir irgendwie in so einem Team begegnet sind, was halt irgendwie aus vier Schildspielern bestand. Da macht man das auch mal ein, zwei Runden ohne Kette. Aber allgemein ist es so, ich habe das Gefühl, dass ich schon mehr Spielzeit kriege. Einfach weil ich Kette spiele. Und in Jena ist das dann ein bisschen übergeschwappt und dann habe ich keine Pausen mehr so gefühlt gekriegt. Also klar, ich hatte noch Pausen, aber manchmal war es echt so, ich brauche eine Pause. Und es ging dann halt nicht. Also diese Genderquote hat schon das erreicht, was sie wollte, dass die Frauen mehr Spielzeit kriegen. Bloß in meinem Fall war es halt nicht erwünscht. Also ich hatte schon genug Spielzeit. Also ich kann mir aber vorstellen, dass das bei anderen anders war. Also das Ziel hat es schon erreicht, nur in meinem Fall war es halt nicht unbedingt super positiv. Bei uns im Team, der lacht JLJ jetzt natürlich drüber. Es ist ja so, dass wir zu dem Zeitpunkt gar keine Frau im Regellärenden Kader hatten. Das heißt, wir brauchten Söldnerinnen. Und wir haben uns dann tatsächlich drei Söldnerinnen geholt. Julia, Franzi und Nathalie. Nathalie aus Oldenburg, Franzi aus damals noch Freiburg und Julia aus Hagen. Wir haben relativ bewusst drei Spielerinnen, also drei Söldnerinnen gewollt. Da wir eben sagen wollten, wir wollen die Freiheiten haben, einfach zwei Spielerinnen gleichzeitig aufzustellen. Was du eben sagtest, so aus taktischen Gründen. Wenn es läuft, dann läuft es. Dann willst du das nicht umtaktieren für die Quote. Und deswegen halt eine Frau mehr, dass wir einfach mehr Flexibilität haben. Und damit sind wir ganz angenehm gefahren. Das hat natürlich auch wieder den Effekt, dass du die einzelnen Frauen weniger einsetzt. Gleichzeitig haben wir natürlich dadurch, oder wir waren in einer Situation, wo wir Leute gesöldnert haben, die typischerweise nicht in unserem Söldnerpool sind. Weil wir uns vielleicht auch ein bisschen später zu entschieden haben. Und dann waren halt viele Spielerinnen, die wir initial angefragt hätten, einfach schon vergeben. Und insofern finde ich, war es auch ein schöner Effekt dieser Genderquote, dass wirklich halt Söldnerinnen angefragt wurden, die wir typischerweise nicht gefragt hätten. Und mit denen waren wir richtig glücklich. Also es war aus der Sicht eine tolle Turniererfahrung, dass wir halt mit Nathalie und Franzi, die halt eigentlich in Corona angefangen haben und kurz vor Corona angefangen haben und dadurch eigentlich keine Saison bisher richtig erlebt haben, dass wir mit denen dann auf einmal die Zonkinder schlagen. Das war schon extrem cool. Das wollte ich gerade sagen. Also ich habe auf dem Turnier, was ich so nebenbei mitbekommen habe, ich habe, also man lernt auf dem ersten Turnier gefühlt immer doppelt so viel wie in den tausend Jahren Training davor, die du hast. Aber das, was da in diesen zwei Tagen bei dem Menschen für Erfolg oder für Erfahrungen gesammelt worden sind, ist so enorm gewesen. Und ich glaube, denen hat das auch richtig gut gefallen, so wie ich das mitbekommen habe. Also es war auf jeden Fall richtig stark, was die in diesen zwei Tagen für Jugger gespielt haben. Dafür, dass man überlegt, wenn die in Corona angefangen haben, wie krass die sich dann in diesem einem Turnier entwickelt haben. Also ich glaube, sie hatten beide schon vor Corona gespielt, aber Corona wäre quasi die Saison gewesen, mit der sie eigentlich hätten einsteigen wollen. Was ja auch einen ganz interessanten Effekt war, dass du wirklich optisch auch gesehen hast, dass irgendwie die Gruppe an Juggernden viel mehr durchmischt ist. Irgendwie war es ein bisschen bunter. Also auch natürlich viele neue Gesichter, die man sonst vielleicht nur so vereinzelt auf Turnieren sieht, die man aber auch kennt und irgendwie gut mit denen klarkommt. Und ich fand das Bild irgendwie ganz schön. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Es ist mir auch irgendwie erst im Nachhinein aufgefallen, dass irgendwie die Wahrnehmung von dem Turnier eine andere war. Auf dem Turnier habe ich es so direkt gar nicht wahrgenommen. Ich wollte gerade sagen, also auf dem Turnier habe ich es auch nicht wahrgenommen, wurde das aber so erwähnt, stimmt das schon total. Und ich war sehr überrascht, wie sich die Quote teils auf, ich will nicht sagen, Teamstärken ausgewogen hat, aber man hat schon gemerkt, dass andere Teams nicht mit ihrem Standard Aufstellung spielen können, einfach weil sie ausreinen oder größtenteils Männermannschaften bestehen. Zum Beispiel Zonenkinder, die, glaube ich, zwei Personen noch aufgenommen haben. Ich bin nicht sicher, ob es sogar vielleicht drei waren, aber ich meine zwei und dadurch auch erst mal lernen mussten, mit den Personen zu spielen, sich das aber später in den Turnier dann wieder gesetzt hat. Also das fand ich sehr interessant, über das Turnier über zu beobachten, wo wir zum Beispiel gar keine Probleme hatten, weil wir größtenteils tatsächlich ja Frauen bei uns im Team haben. und wir hatten eine 3 zu 5 Quote, wenn man das einmal so ausrechnen möchte. Und was ganz witzig war, wir hatten uns anstatt weibliche Söldner zu suchen, haben wir uns einfach zwei männliche Söldner suchen können, weil wir die Freiheit hatten und der Markt, sozusagen der Söldnermarkt, relativ von männlichen Leuten gefühlt überfüllt war, weil halt viele Leute die weibliche Quote erreichen mussten. Zumindest war das so meine Wahrnehmung. Das kann ich auf jeden Fall auch aus der eigenen Erfahrung bestätigen. Dementsprechend, weil ihr ja in eurer Standardaufstellung eigentlich spielen konntet, seid ihr auch recht stark da durchgegangen. Ich glaube, ihr habt euch als Zweite platziert im Finale gegen Rigor, richtig? Richtig, genau. Wir haben bei dem Spiel gegen Rigor nicht leider einen Satz geholt, drei verlorene Sätze, also 3 zu 0 gespielt. Was ich aber da auch sehr interessant fand, war, dass du im Vergleich zu dem Münsterer Turnier, wo du ja schon mal eine Spielanalyse zugemacht hast, ich weiß gar nicht, wann es war, ich glaube 2019. 2019, genau. Mitte 2019. Ja, da hat zum Beispiel Sophie bei Rigor ja auch schon gespielt und ist, glaube ich, in dem Finale nicht einmal rangekommen. Und hier in dem Finale hat sie mit Miri zusammen super viel in der Startaufstellung, also super oft in der Startaufstellung gestartet, was zum Beispiel sehr schön zu sehen war. Im Zusammenhang der Genderregelung, das trifft jetzt für unsere Teams und zum Beispiel für Rigor nicht zu, trotzdem hast du natürlich auch gesehen, dass einzelne Teams dann quasi ihre Spielerinnen auf vermeintlich unwichtige Positionen verschieben haben, also irgendwie als Läuferinnen hauptsächlich eingesetzt haben, obwohl es eigentlich Pompferinnen sind, die da gespielt haben oder neben der Kette, während die Kette quasi arbeitet und dann darf die Person daneben stehen. Das hast du natürlich auch gesehen. Solche Effekte lassen sich halt nicht vermeiden. Ich weiß halt nicht, ob die Genderregelung das quasi nochmal hervorbringt und ob diese sonst überhaupt aufgestellt worden wären, weil wenn du sie eh quasi so wenig wertschätzt, dass du meinst, dass diese vermeintlich nichtigen Positionen damit zu besetzen sind. Genauso hast du gesehen, dass wenn Teams quasi, die haben so in so einem Startmodus, so Friede, Freude, Eierkuchen mal aufstellen gestartet und dann, wenn es irgendwie knapp wurde, dann haben diese Mechanismen wieder gegriffen. Aber das ist dann glaube ich auch wirklich, also ich habe es nicht in der Fläche gesehen, aber immer mal wieder, wenn man sich die Spiele angeguckt hat, hat man das auch wahrgenommen. Ja, das fand ich teils auch ein bisschen traurig, weil es so ein bisschen diese Quote umgangen hat. Klar, sie bringt sie halt immer noch hervor, aber irgendwie lasst die Leute doch die Pompfe spielen, die sie wollen. Ich meine, ich bin auf den Turnier größtenteils gelaufen, aber ich habe auch nicht meine Main-Pompfe gespielt. Aber das lag mehr daran, weil wir keinen Läufer hatten und nicht, weil wir die Quote nicht erreicht haben. Das war irgendwie trotzdem, ja. Ja, und das ist ja auch ein Trugschluss, dass du sagst, irgendwie ein Läufer oder Läuferin ist eine einfache oder nicht so wichtige Position. Wir haben irgendwann darauf optimiert, mit Julia als Main-Läuferin zu laufen. Nicht, weil wir quasi den Spot frei haben wollten, sondern weil wir gemerkt haben, wenn wir mit Sebi spielen, dann haben wir ein gewisses Tempo drin, das wir einfach annehmen, weil wir Sebi kennen. Und dann sind wir hektisch und machen Fehler. Und dann haben wir darauf optimiert, Julia reinzusetzen, die uns auch viel mehr zusammengeschissen hat auf dem Feld. Als Läuferin quasi, ihr müsst das tun, ich erwarte das von euch. Und das war das, was wir brauchten. Um das abzuschließen, was meint ihr? Kommen jetzt die nächsten Jahre wieder Turniere, mehr Turniere mit einer derartigen Regelung? Also ich finde, dass die Genderquote ein wichtiges Tool ist, um Teams auf das Problem aufmerksam zu machen. Allerdings ist es auch, glaube ich, einer mit der unschönsten Regelung, die man so treffen kann. Also es ist schade, dass es eine Quote braucht, um sozusagen die Aufmerksamkeit der Teams auf dieses Problem hinzuweisen. Ich wüsste nicht, wie man es besser machen sollte oder eine einfachere Lösung finden kann. Aber ich finde es schade, dass es so eine Quote geben muss. Und ich würde mir trotzdem mehr wünschen, dass es so eine Quote gibt, weil sie halt gezeigt hat, wir müssen uns darum bemühen, dass diese und diese Personen mehr in unserem Main-Team spielen, damit wir einfach wissen, wie sie bei uns im Main-Team funktionieren. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es noch mehr Turniere mit einer Genderquote gibt. Also es ist natürlich keine Langzeitlösung. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach als ein Mittel zum Zweck benutzt wird. Dass es einfach dieses Spiele, wenn du gut bist, du kannst spielen, wenn du gut bist, dass es das einfach etabliert mehr. und dass es dadurch halt dann das einfach eher, ich sage mal, eine gerechtere Aufstellung gibt oder so. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht irgendwie eine Langzeitlösung ist. Also es wird genutzt werden, auch einfach um diese Gleichberechtigung in der Juggler-Community mehr ins Licht zu rücken und darauf Aufmerksamkeit zu lenken und einfach zu versuchen, diese Gleichberechtigung herzustellen oder einfach in der Community festzunageln. Aber ich kann mir sehr, also ich hoffe, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo das einfach nicht mehr gebraucht wird, weil es normal ist, dass wenn man gut ist, man die Position spielt, in der man gut ist. Egal, ob man jetzt Mann, Frau, divers oder irgendwas anderes ist. Dass es nicht darum geht, wer du bist, sondern wie du spielst. Ja, ich denke, dass die Quote dabei hilft, dass nicht Männer zeigen können, was sie auf dem Turnier leisten können. Weil sie halt sonst leider nicht dazu kommen, das zu präsentieren, weil halt immer ein Standardkader genommen wird oder so, was halt dann spielt. Aber jetzt, dadurch, dass es die Quote gab, hat man gezeigt, was zum Beispiel, wie du meintest, Julia bei euch im Team Ruhe reinbringen kann, was ja auch in manchen Spielen super hilfreich ist. Also für mich als Aufsteller sind diese Quotenregelungen insofern ganz angenehm, dass ich quasi, wenn man dann eben unter Druck gerät, weil man vielleicht in Rückstand gerät oder weil es einfach knappes Spiel ist, dass man dann nicht seinem Bias nachgibt, den wir halt alle leider in uns tragen. und dann einfach knallert durchziehen muss. Und dann stellen wir halt jetzt in diesem Fall unsere Söldnerinnen aus. Und wir müssen das hinkriegen, dass wir die in unser Spiel eingebunden kriegen. Das ist unsere Aufgabe. Und ausweichen, wie wir schnell jetzt einfach unsere Standardaufstellung ein und wenn das dann nicht funktioniert, dann waren wir nicht gut genug, das zieht halt nicht mehr. Und von daher begrüße ich das auch. Ich denke jetzt auch nicht, dass es sich auf allen Turnieren irgendwie durchsetzen wird, aber ich würde mich ehrlich gesagt freuen, wenn ich ab und an mal wieder solche Turniere spielen könnte. Das stimmt. Wir hatten tatsächlich, oder ich glaube auf dem Turnier war auch die Quote nicht unbedingt bei manchen Personen das größte Problem. Weil was ich mitbekommen habe, war, dass beim Pompfencheck die Ballregelung richtig hart kontrolliert worden ist mit den 20 Zentimeter Durchmessern. Und ich glaube, sie hat das hochgerechnet und irgendwie ganz knapp abgerundet, sodass der Ball, glaube ich, 19,8 Zentimeter hat. Sie hatten den Durchmesser genommen und von dem Durchmesser ein Zentimeter Toleranz eingebaut und das dann rückgerechnet, also einmal durch Pi und durch 2, um damit aus dem Radius beziehungsweise den Durchmesser zu kommen. Also wir hatten fünf Ketten dabei und meine eine ist durchgekommen. Das war dann die heilige Kette. Das war dann Ronja, wo ist die Kette? Also es war nicht mehr so, wo ist deine Kette, sondern wo ist die Kette? Weil das halt, ich würde mal sagen, ich glaube, das war ein relativ neuer Ball. Den hatte ich irgendwie, glaube ich, so erst drei, vier Mal gespielt mit beim Training. Deshalb war der halt noch die richtige Größe und alle anderen sind halt nicht durchgekommen bei unserem Team. Das war dann so, da wurde auf die Kette so richtig mit Palkenaugen aufgepasst, dass die nicht verloren geht, weil das unsere einzige Kette war. Ja, also das war auch, glaube ich, so ein Punkt. Ich habe mancher Teams irgendwelche Schaumstoff-Isomatten an Bälle kleben sehen, um irgendwie auf diese 20 Zentimeter zu kommen. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Und es hat ja nicht nur das Turnier so mit einer Diskussion im Forum vor dem Turnier ausgelöst, sondern auch im Nachhinein, weil ich glaube, Fabi von der NRG angefangen hat, eine Forum-Diskussion zu starten, um nicht den Ball-Einkauf zu erleichtern, indem man sagt, wir ändern das anstatt auf 20 Zentimeter, sondern auf 19 runter. Weil der Unterschied, glaube ich, im Spiel, zumindest in meiner Wahrnehmung, ich habe das nie sehen können oder wahrnehmen können, dass jemand einen 20 Zentimeter Ball oder einen 19 Zentimeter Ball hat. Und für den Einkauf macht es einfach die Arbeit so viel leichter. Ja. Es obliegt ja auch einfach den Pompfen-Checkern, da ein vernünftiges Maß anzusetzen. Ja, es ist auch so, alle Kettenspieler haben gefühlt denselben Ball. Es gab jetzt mal kurz diese Bewegung mit diesen aufblasbaren Beach-Neopren-Volleyball-Bällen, dass die irgendwie öfter mal benutzt würden. Aber ansonsten haben halt alle genau denselben Schaumstoff-Ball. Und der wird halt kleiner, wenn man ihn spielt. Und ich glaube, selbst wenn man ihn kauft, ist er schon nicht ganz 20 Zentimeter, obwohl man ihn als 20 Zentimeter kauft. Das heißt, eigentlich müsste keine Kette der Welt momentan durch den Pompfen-Check gehen, wenn das genau genommen wird. Oder halt wirklich nur welche, die ganz neu sind. Es ist wie mit den Poolen, das sind Spielwaren. Niemand interessiert da, ob die jetzt auf den Zentimeter oder auf den Millimeter genau gefertigt werden oder nicht. Außer uns Juggern. Also meiner Erfahrung nach zeigt es, je nachdem, wo du die Bälle kaufst und welche du bestellst, hast du tatsächlich schon von Start an direkt die 20 Zentimeter. Und es gibt zum Beispiel auch ein, zwei Ausnahmen, die sogar 21 Zentimeter Bälle verkaufen. Die sind aber dann recht teuer. Das ist halt so der Hauptpunkt, dass generell, wenn du einen Ball haben willst, wo du weißt, der ist die 20 Zentimeter, die sind dann echt recht, anstatt mal so eben unter 5 Euro bis 10 Euro, kosten die dann mal schnell, ja 15 Euro aufwärts. Und das ist schon echt teils schmerzlich. Ja, ich glaube, da sind wir alle dran gewachsen, dass wir Bälle nicht mehr so genau beziehungsweise entweder das Maß anpassen oder den Pompfenscheck da ein bisschen anpassen. Habt ihr noch spielerisch was zur Thüringer Meisterschaft? Also spielerisch ist mir auf jeden Fall ein sehr, sehr junges Team sehr positiv aufgefallen. Wir hatten leider kein Spiel gegen die Zonenzwerge aus Jena, aber ich habe neben dem Spielfeld mit ein, zwei, drei Leuten von denen gepompft, mir Spiele mit denen zusammen angeschaut und ich habe so unglaublichen Respekt vor den Leuten, die dieses Team trainieren, aufbauen. Die waren so freundlich, so juggerbegeistert und für das doch, würde ich sagen, jetzt recht junge Alter, dafür, dass das Turnier freigestellt war, ab wann man spielen konnte, also kein explizites Kinder- oder Jugendturnier, so informiert, so ein riesen Jugger-Brain, das habe ich noch nie erlebt. Also ich habe ein 2 gegen 1 mit einer Kette gemütlich am Spielfeldrand gespielt und ich war da am Ende nach so zehn Zügen kaputt, weil ich so viel laufen musste, weil die mir so viel Druck gemacht haben und so unglaublich stark gespielt haben, also ich bin echt neidisch, dass ich in diesem Alter nicht so ein schönes Training hatte und so geil Jugger genießen konnte, wie die das aktuell tun können. Ich habe dich gesehen, als du mit denen gepompft hast und wollte die ganze Zeit hin und ich musste schießen. Ärgerlich, du hast was verpasst. Ich habe mich sehr geärgert, ja. Du hast wirklich was verpasst. Ja, also dieses in jungen Alter Jugger-Spielen, die Erfahrung hatte ich teilweise und viele aus meinem Team noch viel ausgeprägter, weil ich habe ja halt irgendwie mit 13 oder so angefangen. Naja, also in diesem Turnier war unser, am zweiten Spieltag, das erste Spiel war tatsächlich gegen die Zonen-Zwerge. Also für das Turnier wurde mir so ein bisschen die Teamleitung übertragen. Das wurde dann die Rongierung genannt und das war so, hey Leute, wir müssen uns warm machen und die saßen dann da so und haben sich halt gegen diesen Pompfensack gegengelehnt und haben halt diesen Zonen-Zwergen beim Warmmachen zugeschaut und dachten sich nur so, oh Gott, gegen die müssen wir gleich spielen und wir haben alle Muskelkater von gestern. Irgendwann haben wir uns dann auch warm gemacht, aber es war so, es lag ein bisschen Angst in der Luft teilweise so und im Spiel selber musste ich mir auch irgendwie so zwei, dreimal schon fast auf die Zunge beißen, um denen nicht Tipps zu geben. Also ich erinnere mich an eine Situation sehr stark, da war ich bei ihrem Mal, wurde ich von jemandem gepinnt und habe gesehen, ich glaube, das war Nico, der wäre halt in so zwei Steinen oder so aufgestanden und es gab halt jemanden von ihnen, der ihn hätte pinnen können und ich musste mir echt fast auf die Zunge beißen, dass ich ihn nicht zurufe, pinnt Nico, pinnt ihn, ihr steht gleich auf und schlägt euch allen in den Rücken. Ich habe es dann nicht gemacht, weil ich irgendwie meinem Team treu bleiben musste, aber er ist dann aufgeschlagen und hat ihn aufgestanden und hat ihn allen in den Rücken geschlagen. Das hat mich geschmerzt, weil es für mich auch so ein bisschen so ein Blick in die Vergangenheit schon fast ist, weil ich halt mit den wütenden Tintenfischen halt auch so ein Jugendteam war und halt auch in dieser Situation war, wir sind halt eigentlich so eine Truppe aus 14, 13, 12-Jährigen so, die halt gegen diese ganzen Erwachsenen-Teams spielen in dieser großen Jugga-Welt. Also in dem Spiel konnte ich auch teilweise nicht wirklich 100% geben, weil es mir einfach so mich, so ein bisschen an mich selbst erinnert hat teilweise und dann war ich an irgendeinem Punkt so auch so, okay, Leute, ich spiele jetzt nicht weiter, ich werde langsam für den Gegner parteiisch, stellt mal jemand anderen rein. So, also ich war für mich total schwierig, die einfach alle, sage ich mal, einfach alle abzuhauen oder so. Es war immer, ich wollte ihnen immer irgendwie eine Chance geben oder ihnen irgendwas beibringen, aber das sollte man während eines Spiels gegen sie nicht tun. Ich glaube, es hat es sogar fast einen Satz gekostet. Da war ich so, okay, Leute, jetzt muss mal jemand anders spielen. Ich trete jetzt mal einen Schritt zurück. Besser nicht dem Gegner Tipps zu werfen. Das rächt sich spätestens in zwei Jahren. Ja, das stimmt. Ja, aber das war ein recht emotionales Spiel für mich, weil ich so war, kommt schon, ihr schafft es, aber ich muss euch abhauen, es tut mir leid. So, aber ich weiß auch noch, das hatte ich leider nicht gesehen, aber die Zonenzwerge gegen Rigor, da haben die einen Punkt gemacht, einen Jack. Jack und der ganze Platz hat angefangen zu jubeln. Also ich hatte, den Jack selbst hatte ich nicht gesehen, wie er gesteckt wurde, aber ich habe diesen Jubel gehört und ich war so, was geht denn jetzt ab? Und dann war irgendjemand so, die Zonenzwerge haben gegen Rigor einen Jack gemacht und ich war so, ja, weil das freut einen immer so, wenn die Nachwuchsjuggerer da hier mit dabei sind und so jemanden wie Rigor einfach irgendwie mal einen Jack klauen, so, das ist grandios. Das war auch bestimmt eines ihrer Highlights und die scheinen ja auch vorher gefangen zu haben. Die haben danach ja auch noch die WCC gespielt, tatsächlich. Oh ja, da hatten wir auch ein sehr schönes Spiel gegen die gehabt, aber da kommen wir glaube ich noch zu. Ich denke auch. Jetzt lasst uns aber auch erstmal Richtung Süden fahren in das sonnige vom Unwetter befreiten Laufen. Ich bin da zusammen mit den Seven Sinsen gefahren, JJ. Wir waren zusammen in einem Team. Mensch, war das schön. Ja, ich erinnere mich, das war ein, im Nachhinein ein sehr katastrophales Turnier für mich, weil ich doch mal dachte, ich müsste wieder Kette spielen und irgendwie dann festgestellt habe, nee, Kette spielen ist nicht so dein Ding. Aber eigentlich ein sehr, 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 sehr schönes Turnier doch gesamt, bis auf einen verheerenden Zwischenfall, den ich fast überschlafen hätte. Aber lass uns doch erstmal vorne anfangen. Ronja, warst du in Laufen? Tatsächlich nein. Ich glaube, es wurde mir sogar tatsächlich angeboten, dass ich bei den Seven Sins auch hätte mit Söldern können. Da wären wir alle drei in einem Team gewesen. Aber das hat zeitlich nicht so gepasst und dann war es auch noch ein bisschen weit weg und dann war ich so, okay, ich mache mir jetzt nicht den Aufwand, kommt ja noch WCC in andere Turniere. Aber ich habe Dinge gehört über das Turnier. Genau, also was man vor allem vorab noch herausstellen sollte, war, dass an, ich glaube, zur Anreise und zur Abreise wurden jeweils Tests gemacht, also Corona-Tests, die vom Veranstalter gestellt wurden. Also mussten dann alle halt vorne einmal sich testen lassen. Also klar, es hält auf, aber dafür, dass man dann die Sicherheit hatte, war es eigentlich echt ganz angenehm und reibungslos und hat dann zum Beispiel auch bei uns dazu geführt, dass wir dann quasi auf freiwilliger Basis, auch ohne das irgendwie verpflichtend zu machen, aber die Leute hatten einfach diesen Drive, dann auf folgenden Turnieren sich halt auch einfach selbst immer zu testen und also trotz Impfung und allem und auch wenn es nicht gefordert war. Von daher, das finde ich, lief ganz gut. Es gab einen Zwischenfall, glaube ich, dass ein Spieler am Anschluss sich nicht hat abtesten lassen und ich glaube, die Konsequenz, die Laufenden angezogen haben, dass sie ihn dann nicht mehr auf ihren Turnieren schieben. Im Zwischenfall habe ich gar nicht mitbekommen, aber die Tests, fand ich, waren sogar sehr gut organisiert, also relativ klar, darfst deine Pompfen nur abgeben, sonst ist Turniergelände nicht betreten, sein Test ist negativ. Ja, und das Turnier selbst wurde von einer Unwetterfront überschattet, die über das Land zog. Also, der Zeltplatz war ja an einer Wiese, die quasi direkt am Neckar lag und es war irgendwie schon klar, okay, die Nacht wird wahrscheinlich ziemlich feucht und stürmisch und sie wurde immer feuchter und immer stürmischer und irgendwann, ich glaube, dann schon so um sieben Uhr, acht Uhr rum gab es eine Unwetterwarnung und ein bisschen später darauf dann auch eine Hochwasserwarnung. Da hat der ein oder andere vielleicht schon seine Sachen packfertig im Zelt gelagert, dass er wirklich nur noch quasi aufstehen und los kann. Also, ich glaube, ich hätte das verschlafen, wenn ich dabei gewesen wäre. Ich glaube nicht, also, ich war als Einziger auf dem Zeltplatz, wenn ich das, aber von uns dreien, wenn ich das richtig im Kopf abschlte. Ich habe in einem schönen Bettchen geschlafen und ich hatte da auch keine großen Probleme mit. Das ist doch schön. Ich weiß gar nicht, um zwölf oder so ging es, glaube ich, schon langsam los, aber um zwei kam wirklich dann so richtiger Regen und Unwetter runter und ich habe seit meines Lebens quasi schon, also, da war man schon mal nah an dem Unwetter dran, aber noch nie so nah und alles, was einen trennt, ist ein Zelt. So im Haus, da guckst du dir die Blitze an und es ist alles entspannt und wenn es dann so im Zelt wirklich runterkommt und kracht und du denkst halt, hierzu nimmt einer eine Bombe oder so, das ist schon echt übel und dann guckst du halt raus, es ist strömender Regen, du kannst halt nur so ein paar Meter weit sehen, siehst niemanden, weil keiner ist natürlich bei diesem Regen irgendwie draußen und du weißt halt nicht so, okay, was kommt denn jetzt und steigt der Neckar, steigt der nicht? Wir waren da halt so, weiß ich nicht, wie, was da der Wasserstand, Unterschied war, aber wir waren auch an einem Berg, das heißt, es kam auch alles runter und du wusstest einfach nicht, so seufst dir dieses Zelt halt ab und diese ganzen Ungewissheiten waren super schwierig und dann kam, glaube ich, eine halbe Stunde später, da war aber schon dieser Sturmregen vorbei und es hat immer noch geregnet und auch viel, aber dieses wirklich, dass es wirklich Bindfäden gerät hat, das war dann nicht mehr und dann kam die Durchsage, der Zeltplatz wird evakuiert. Wir fallen jetzt alle zu Manu. Ich glaube, Manu hat alle aufgenommen in der Werkstatt und im Haus verteilt bekommen, das fand ich nicht ganz alle, aber fast alle, ja. Ich habe nur wilde Storys am Morgen gehört. Die paar sind noch irgendwie woanders runtergekommen. Was? Ja, das war krass. Also erstmal haben wir diesen Zeltplatz evakuiert, weil ich ja, wie gesagt, schon meine Sachen gepackt hatte, konnte ich dann da auch irgendwie mithelfen, die ganzen Leute wach machen. Man müsste auch, es waren ja weniger Autos da, als Leute irgendwie transportiert werden mussten. Da musste man dann auch irgendwie die ganzen Plätze verteilen, wo es hingeht und so, da war gut was los. Auch jetzt nicht panisch oder so, alle hatten natürlich keinen Bock, weil es war mitten in der Nacht und es hat geregnet. Ja, dann sind wir mehr oder weniger alle zu Familie Kubat gefahren. Die haben eine große Werkstatt, wo halt Holz gefertigt wird und da sind dann mehr oder weniger alle irgendwie auf dem Boden untergekommen. Jeder in so seiner Ecke war dann eine große Pyjama-Party. War insofern noch ganz witzig und am nächsten Morgen dann schön alle ins Haus, erstmal ein Käffchen. Funktionieren. Standen wir alle bei Manu in der Küche. Es gab für jeden Kaffee. Ich weiß es nicht, aber es gab auf jeden Fall Kaffee, wenn man da rumliegt. Okay. Krass. Ja, ich glaube, ein paar hatten den Anstand und sind direkt gefahren. Ich natürlich nicht. Es war natürlich auch die Pflicht von jedem Jugger-Spieler, der da vom Zeltplatz evakuiert wurde, ordentlich rigor auf die Nerven zu gehen, weil die haben regulär bei Manu übernachtet. Die sollten natürlich eine genauso schlechte Nacht haben wie wir. Das war ja klar. Verständlich, muss ausgeführt werden. Also ein paar Leute, also es waren nicht alle in der Werkstatt, ein paar waren einfach im Haus, weil dafür hätte die Werkstatt auch nicht gereicht. Dementsprechend war überall was los und ja, saß man morgenschön beim Frühstück bei Kubats und dann sind wir zum Zeltplatz gefahren und dann wurden auch noch Spiele gespielt und dann ging es wieder los mit Unwetterwarnung und auch Regen und diesmal war das Problem, dass der Zeltplatz quasi an einem der höchsten Punkte von dem Dorf laufen lag. Ja, als dann klar war, es gibt Blitzschlag, mussten wir packen und das Turnier wurde, nachdem in der Nacht evakuiert wurde, auch noch abgebrochen. Leider recht schade, weil wir so unsere finalen Platzierungen nicht ausspielen konnten, aber ich glaube, total richtig, weil die Gefahr einfach viel zu groß gewesen wäre mit Zeltstangen und Höchsterplunkt plus nasser Wiese. Das würde ich auch als Turnierveranstalter auf keinen Fall verantworten wollen. Ich finde aber auch stark, dass die das dann so umgesetzt haben. Also zum einen wirklich, wir brechen jetzt ab, weil es nicht geht und dann aber noch die Testung regulär durchgeführt haben. Das war an einem anderen Ort, da sind wir ins Dorf rein und so, dann wurde abgetestet und wie sie das organisiert haben und dass diese Notfallpläne gegriffen haben, die sie offensichtlich schon vorher hatten, das finde ich, war ziemlich gut von den Laufenden. Also von daher ordentlich Respekt dafür und schade ist natürlich insbesondere, weil die Sins natürlich saustark unterwegs waren und ein gewisses Berliner Team sich an gewissen anderen Teams, zum Beispiel FKK, richtig abgearbeitet hatte und sogar gegen Havu mal seit langer Zeit wieder verloren hat, hätte ich, glaube ich, mit dir ganz gerne unsere Chance noch ausgespielt. Ja, das hätte ich auch gerne, gerne getan, aber es war uns nicht vergönnt, göttliche Intimationen und die Platzierungen wurden leider nicht mehr ausgespielt. Ja, wie ist das denn mit den Platzierungen zustande gekommen? War Jug-Differenz der letzten Spiele oder? Ich weiß es tatsächlich genau nicht, ich habe mich auch irgendwann aus der Diskussion ausgeschaltet, also ich glaube, es war so, dass dann im Forum nach dem Turnier von Laufen mehrere Vorschläge gemacht wurden, wie man denn die Platzierung hätte verteilen können. Vielleicht wurden die Teams auch nochmal separat befragt, aber es gab auf jeden Fall auch eine öffentliche Diskussion. Da gab es halt verschiedene Sachen, die zur Auswahl standen, halt geteilte Platzierung oder nach Jug-Differenz oder was auch immer. Letzten Endes habe ich dann für mich entschieden, ach Gott, JTA-Punkte, mir doch egal, macht wie ihr wollt und ich weiß auch jetzt nicht, ich habe es nicht mehr nachgeprüft, wie die Platzierungen dann festgelegt wurden. Ich meine, aber ich bin mir auch nicht sicher, ich meine es war Jug-Differenz, was ich aber jetzt sehr interessant finde, ist, wo ist denn eigentlich Rigor auf der Turnierinformation, wenn man sich das Turnier jetzt im JTA anguckt, weil die haben keine Platzierung bekommen. Dann wollten sie das wohl vielleicht nicht. Anscheinend nicht. Ja, hilft ja nicht. Dann müssen wir, glaube ich, nächstes Jahr nochmal in Laufen zusammenkommen und vielleicht traut sich Rigor ja nochmal hin und dann schlagen wir sie dann. Das klingt nach einem guten Plan. Apropos Rigor, die haben ja selbst noch ein Turnier veranstaltet und zwar die 10. Berlin Masters in Berlin. Das war ein richtig, richtig, richtig geiles Turnier. Ich glaube, das war mein bestes Turnier der kompletten Saison, wo ich irgendwie den besten Tag hatte oder die besten Tage hatte, aber war ein mega schönes Turnier. Also ich fahre auch sehr gerne auf die Masters, die sind einfach, ja, stringent durchorganisiert, ist guter Platz, wenn man ihn dann bespielen darf. Und, ja, das, ja, also Berlin gibt natürlich auch die Möglichkeiten, dass man da solide Turniere austragen kann. Was ich ein bisschen nervig fand, war, dass wir halt mit Nommenschuhen spielen mussten und nicht mit Stollenschuhen. Das war etwas... Rutschig. Was, ja, so kann man das sagen, es war etwas rutschig. Das ist etwas, was mir nicht so viel Spaß gemacht hat, gerade weil ich etwas angeschlagene Knöchel habe und dass mir dann mit den Stollenschuhen schon mehr Sicherheit gibt als mit Noppenschuhen. Da musste ich mich bei manchen Spielen echt zurückhalten und ich glaube, den ersten Tag beim letzten Spiel war ich nach der Hälfte auch so, okay, Leute, ich bin hier gerade doof weggerutscht. Da habe ich dann irgendwie die letzten paar Spielzüge nicht mehr mitgespielt, weil ich so war, okay, ich mache mich jetzt hier nicht kaputt. Es war ja auch keine Entscheidung, glaube ich, die das Team getroffen hat, sondern es kam einfach als Bedingung für den Platz. Der Platz war halt einfach kaputt und feucht. Ich war 2019 auf dem Masters, da war der einfach von der Trockenheit einfach komplett zerstört und dementsprechend, dass der jetzt überhaupt noch bespielbar war, war eigentlich schon, ja, da ziehe ich auch Noppenschuhe an, auch wenn es dann halt, wenn man dann seine Geschwindigkeit vielleicht ein bisschen reduzieren muss. Aber es gab, soweit ich informiert bin, ich habe ja für die Juggershow so einen Zusammenschnitt von Leuten geschnitten, die ausgerutscht sind und ein paar davon haben, das habe ich gesehen, der war sehr witzig, ein paar Material, was wir hatten, habe ich nicht reingeschnitten, weil Leute sich da tatsächlich verletzt hatten und das deswegen nicht wollten, dass das da reinkommt, was ich auch verstehen kann und ja, also es ist schon ein Gesundheitsrisiko, dann auf den anderen Plätzen auch noch mit Noppenschuhen, äh, mit Noppenschuhen zu spielen anstelle der Steuern. Ja, also gerade beim Anlaufen und so und den Kampf um den Jugg Besitz, das war schon anders, man hat es gemerkt, es war nicht viel anders, aber es, also ich hatte zumindest bei uns im Team das Gefühl, dass wir teilweise echt deutlich vorsichtiger gespielt haben, gerade beim Anlaufen und so, weil man halt nicht in die anderen reinkrachen wollte, so sage ich mal. Weiß ich nicht, wie das bei euch so war, aber. Ich glaube schon, dass die gesamte Spielgeschwindigkeit ein Stück langsamer war und finde ich auch nicht ganz so, ich will nicht sagen wendig, aber doch irgendwie so rasant, wie manchmal Jugga passieren kann, aber ich fand, es hat im ganzen Spiel insgesamt keinen Abbruch getan, also man hat mal gemerkt, dass man nicht den Crip verliert, aber es war, fand ich nie so, als würde zu sagen, oh, das ist ja total anders wie mit Stollen, das Gefühl hatte ich nicht. Also ich habe mich trotz besserem Wissens mehrfach auf die Fresse gelegt. Ja, das ist schon vorgekommen. Ja, ich bin auch 2-3 Mal weggerutscht. Das war auch sehr interessant, die Teamzusammenstellung von der FKK auf dem Turnier, da habe ich auch bei FKK gespielt, weil es war halt so, wir waren 3 von FKK, mich nicht mehr mit eingeschlossen. 3 Tintenfische, also wir hatten Phil, Kasimi und mich und dann 2 Söldner. Das heißt, wir haben schon angefangen rumzuwitzeln und wir am 2. Tag alle WTF-Trikots anziehen. Leider war ich dann tatsächlich eine von denen, die dann kein WTF-Trikot dabei hatte, somit sind wir dann FKK für das Turnier geblieben. Aber das war so, wir übernehmen das Team. Da gab es schon einiges rumgewitzelt. Wir hatten bei uns bei den 7 Sins Unterstützung von Luke, Sivi und Juja von Hagen und wir hatten eine richtig, richtig schöne Symbiose. Es war so ein gesamtschönes Turnier. Team Moral war immer oben. Wir hatten richtig schöne Spiele, richtig schönes, knappes Spiel gegen die Havu und gegen Rigor. Starke Spiele gegen NRG, wo die von Max Teske aus Rigor gecoacht worden sind, wo wir auch mega an der Aufstellung wechseln mussten, damit wir da irgendwie kontern konnten. Das war ein einfach gesamtschönes Turnier. Nur der Zeltplatz war meiner Erfahrung nach nicht so optimal, aber ich glaube, die konnten es einfach tatsächlich nicht besser lösen. Ja, also ich hätte es ganz cool gefunden, wenn sie diese eine Tür geöffnet hätten. Weil da war ja dieser Zaun, hinter dem im Prinzip die ganzen Parkplätze waren. Und auf der anderen Seite des Zauns waren ja die meisten Zelte. Und da musste man halt einmal ums gesamte Gebäude rumlaufen, an der Straße lang, um halt was auch immer. Da war ja auch noch dieses Fitnesscenter und so. Da musste man ja einmal komplett außen rumlaufen, um von der einen Seite des Zauns zur anderen Seite des Zauns zu kommen. Es gab eine Tür, die war bloß leider abgeschlossen. Wir haben am Abend aber, wir saßen noch lange auf dem Gelände, saßen aber nicht oben am Zeltplatz, sondern wirklich unten an der Sportstätte. Da standen ja auch noch Pavillons und Bänke. Und dann saßen wir teamintern da, hatten aber auch immer viel Laufverkehr, weil einfach nochmal Leute vom Einkaufen nur so lang kamen und so. Und ich habe das, das war so ein Moment, wo ich nach der ganzen Pandemie und so einfach bewusst extrem genossen habe, mit meinem Team zusammen zu sein und da den Abend zu verbringen. Und auch wenn der Rest der Jugga natürlich auch in das Völkchen ist, dann wirklich dann so intensiv mit dem Team nochmal abzuhängen, war sehr schön für mich. Ich weiß nicht, ich bin da einmal an der Gruppe vorbeigelaufen und habe dir hier Jugga-Lieder gesungen. Das war ganz cool. Und dann hatte ich den Ohrwurm von Was war das denn? Sching, sching, sching ist durch. Nee, das war glaube ich Bauer. Ich glaube ich hatte den Ohrwurm von Bauer. Das war aber, das Schlimmste war, ihr hattet zu dem Zeitpunkt nicht mal Bauer gesungen, ihr hattet irgendwas anderes gesungen. Aber dann war ich so, okay, die Porns singen und mein Gehirn war so, Bauer, warum hast du nichts gelernt? Und dann war es so, dann habe ich es irgendwie für 20 Minuten oder so nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Das ist ja nicht lange. Ja, aber es war halt so kurz vorm Einschlafen. Das war so, ich will jetzt schlafen. Bauer, nein. Wir hätten auf dem Turnier übrigens Euren Daniel weggesöldnert von FKK. Das haben wir mitbekommen. Er lief dann auf einmal im falschen Trikot rum. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das zustande kam. Ich wasche einfach mal meine Hände, wenn auch nicht in Unwissenheit. Ich glaube, es war einfach, er war so, hey Daniel, willst du was spielen? Und er war so, ja. Das war einfach so. Hat uns den Rücken zugekehrt. Sich in einen Porns Fanboy verwandelt. Ich weiß es nicht, wie das zustande gekommen ist. Aber es war interessant, dieses Ganze, also, wir haben ihm ja am Anfang eine schwere Zeit gegeben, so am ersten Tag oder so oder am ersten Abend. Du spielst bei den Porns und dann gab es dieses Ganze, ich sage mal, ich würde jetzt das schon fast Dominanz-Ding sagen, weil es war vorher so, wer ist das beste Spiel? Und dann haben wir gegen euch gespielt gehabt. Ich glaube, es ging irgendwie 10-3 aus oder so und dann war das, okay, alles klar, ihr seid besser, wir geben es zu. Und dann war es wieder, dann war er wieder so willkommen im Team. Aber bevor diese Sache ausgespielt wurde, wer jetzt wirklich das bessere Team ist, da gab es halt, da gab es schon so ein paar Spannungen irgendwie. Es war halt immer noch alles freundschaftlich, so, weil man kennt sich ja mittlerweile ja, schon jahrelang und so. Also es ist ja nicht so, dass man sich auf einmal nur anfängt zu hassen, nur weil man immer in einem anderen Team spielt. Aber es war schon dieses so, du bist jetzt beim Gegner, du bist böse, wir müssen dir beweisen, dass wir gut sind, so ein bisschen so. Es war eine interessante Dynamik, die ich vorher noch nie so richtig erlebt habe. Und ja, nach dem Spiel war das dann eigentlich alles wieder vorbei. Dann war es halt wieder so, okay, ja gut, das ist halt Daniel. Genau, und dann hatten wir noch, hatten wir noch Helena als Söldnerin. Die hat in Bonn angefangen, dann in Basel gespielt, war jetzt zuletzt in Jena und ist jetzt, glaube ich, wieder in Bonn. Und die war vorher schon immer viel bei uns im Training, weil sie mit einzelnen Spielern von uns befreundet ist. Aber jetzt das erste Mal mit uns auf dem Turnier. und das war auch eine richtig gute Erfahrung. Also das Training hat halt irgendwie zumindest dafür gesorgt, dass sie kompatibel mit dem ist, was wir sind. Und sie hat sich da extrem gut eingefügt. Das war auch ganz angenehm. Und was wir dann aber festgestellt haben, wir haben ja das Finale dann gegen Rigor gespielt und haben dann einfach gemerkt, okay, unter diesen Drucksituationen, also vorher haben wir irgendwie mal schön, entspannend Linien gespielt und die Gegner haben uns das auch immer machen lassen. Und bei Rigor haben wir das zwar auch angestrebt, aber es war klar so, sobald irgendwie eine Unsicherheit entsteht, dann wird halt auf jeden Fall geballert. Wo wir vorher auf dem Turnier bewusst gesagt haben, okay, wir wollen, es ist Corona, wir sind alle nicht so fit, lass mal so Kraft sparen spielen wie möglich und wenn dann halt irgendwie mal ein Punkt verloren geht, dann ist das so. Wenn wir in Summe gewinnen, ist das fein. Du musst halt nicht irgendwie veranstrengen oder ausrutschen oder verletzen oder irgendein Quatsch. Und als dann Finale war, war klar, okay, jetzt sind alle Dämme gebrochen alle auf 100 Prozent und gib ihm. Und da haben wir halt festgestellt, dass dann wurden die Differenzen auch zu Daniel halt deutlich so, okay, die sind das, auf dem Niveau können sie das, was wir spielen wollen, nicht mehr mithalten. Das ist nicht der Grund, warum wir verloren haben. Wir haben uns selbst eingestuhlt. Aber das war so eine Feststellung. Davor war es einfach so richtig homogen und glatt und dann kam Rigor und auf einmal gibt es Probleme. Das ist ganz seltsam. Also wir hatten auch zwei Söldner, wie bereits erwähnt. Das waren Moritz und Jorma. Die kamen auch ganz gut bei uns im Team mit an. Das rief ganz gut. Also wir hatten tatsächlich dann auch am Ende eine recht gute, recht starke Aufstellung. Weißt du noch, welchen Platz ihr gemacht habt? Puh, warte mal. Ich glaube, oh, ich muss mich nur umdrehen. Dann schlägt die Urkunde. Wir sind 14. geworden. Ich habe unsere Urkunde auch noch hier. Zeigt ihr euch mal. Das entgeht den Podcast-Hörern. Es gibt keine Zuschauerversion, aber ihr könnt diesen Spaß haben. Das ist ja sehr, sehr schön. Schon hart. Ja. Das ist jetzt ein Gag, den wir für immer bei uns, den wir für uns immer behalten können und alle werden sich fragen, worüber haben sie in dieser Podcast-Ausgabe so gelangt. Ach, das ist schon, das ist schon sehr geil. Ach ja. Mir ist der Turnierplan in der Hinsicht ein bisschen, also nicht negativ, aber ich fand es schade, einfach nur, weil wir nicht gegeneinander spielen konnten. Ich hätte das eigentlich noch sehr, sehr gerne ausgespielt, weil wir haben gegen NRG zweimal gespielt, aber gegen Porns halt nicht einmal. Klar war Gruppenphase und zweite Gruppenphase bedingt, aber leider sind wir auf dem ganzen Turnier nicht einmal aufeinander getroffen. Vielleicht ganz gut für euch, wer weiß, aber ich hätte es auf jeden Fall sehr gerne ausgespielt. Ja, also mir ist noch was Interessantes aufgefallen. Am ersten Tag hatten wir tatsächlich nur vier Spiele, weil wir irgendwie genau in der Mitte waren und die Leute hatten dann halt kein Spiel mehr. Also ich habe mitgekriegt, ich glaube, ihr Porns hattet irgendwie sechs oder so. Ja, es gab auch irgendwie eine Gruppe, die generell schon mit weniger Spielen gestartet ist und wenn du dich dann falsch platziert hattest, also falsch in Anführungsstrichen, dann hast du auch noch mal die Relegation ausgesetzt und dann war es irgendwie... Also wir hatten am ersten Tag irgendwie nur vier Spiele und waren so, huch, wir sind schon fertig. Es war irgendwie so, keine Ahnung, drei Uhr nachmittags oder so, vielleicht sogar noch früher. Es war halt irgendwie ein bisschen so, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Kriegen wir noch Spiele? Und es war so, nee, nee, seid durch für den Tag. Das war ein bisschen schade. Also wir hatten auch nur fünf. Das sind die vier Gruppenspiele gewesen und die Relegation. Ja, weil die Relegation ist bei uns irgendwie ausgefallen, weil wir irgendwie... Und dann nochmal drei, also insgesamt nur acht. Das waren, glaube ich, größtenteils bei uns ziemlich anstrengende Spiele. Ich weiß, dass ich das Turnier relativ gut in den Knochen noch gemerkt hatte. Aber ich fand, Berlin Masters war ganz cool. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass ich dieses Jahr das erste Mal so richtig in die größere Welt des Juggers eingetaucht bin, würde ich mal sagen. Weil mit WTF als Jugendmannschaft, da fährt man halt einfach nicht so weit weg. Also ich glaube, wir waren schon mal in Berlin, aber so, das war es dann auch so gefühlt. Da hat man dann irgendwie so mal ein Turnier in Lübeck, Flensburg und dann halt Kiel gemacht. Und das war es dann so fast. Und dann war ich dieses Jahr halt in Jena und Berlin und dann hatte ich das Gefühl, ich bin angekommen. Und auf einmal kannten mich Leute, da sind ja diese Südteams. Also jetzt mal ehrlich, von Seven Sins hatte ich vorher noch nie was gehört. War sehr frech. Ich wusste auch nicht, dass ihr ein gutes Team habt. Ich dachte, ihr seid so ein neues Team. Ihr habt ja auch diese Langarm-T-Shirts, diese Langarm-T-Shirt-Trikots und irgendwie hatte ich so überhaupt, ich hatte euch überhaupt nicht auf der Reihe und war so, wer sind die überhaupt? Sind die gut? Müssen wir vor denen Angst haben? So, ich hatte euch so gar nicht auf der Reihe, aber mich hatte so auch niemand auf der Reihe. Also das habe ich gerade nach Jena total gemerkt, dass ich auf einmal Leute kannte und dass Leute mich kannten. Ich war dann auf dem Berlin-Masters und dann waren so Leute so Halloronja, die ich halt vorher noch nie so wirklich kannte. so. Also da bin ich, da waren dann auch, also gerade in Jena waren ganz viele Leute so, wow, wo kommt denn diese Kette her? Wie lange spielt die denn schon? Wo habt ihr die denn her? Und wenn ich dann so war, ja, ich spiele schon seit fünf Jahren Jugger, waren die so, warte mal, was? Wo hast du dich bisher versteckt? so. Das ist mir auch in halt in Jena und auch bei den Berlin-Masters sehr stark aufgefallen, dass ich auf einmal in dieser, dieser größeren, Deutschland umspannenden Gruppe mehr Präsenz hatte, so. Das war schon, das war, das war eine coole Erfahrung, weil man auf einmal nicht mehr nur die kleine Ronja war, so, die im Jugendteam spielt, sondern halt. Auch in meiner Erfahrung wurde in Jena sehr viel über dich geredet und das ist positiv. Ja, also das, also viel Feedback wurde dann halt tatsächlich hinter meinem Rücken positiv geredet, so, also da, da hat mir dann irgendjemand erzählt, dass irgendjemand was Positives erzählt hat. Ich glaube, irgendjemand bei den Sohnkindern hat da auch was gesagt. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, also, also ich, also wie gesagt, neu in der Jugger-Sphäre, ich wusste nicht mehr, wie die Seven Sins sind, also konnte ich das auch nicht einschätzen, aber als sich dann jemand anderen darüber erzählt hat, was diese Person erzählt hat, ich weiß nicht mehr, wer das war, waren die so, boah, krass, das ist hier voll der große Typ und wenn der sagt, dass du gut Jugger spielen kannst, dann ist das ja, also Kette spielen kannst, dann ist das ja voll das krasse Kompliment und ich war so, also am Anfang wusste ich gar nicht, wie ich damit so umgehe, aber das ist schon, es ist schön, auch mal andere Leute kennenzulernen. das Spiel von FKK gegen den Peter Sponsor ist ja sogar tatsächlich schon online, aber es ist schon krass, dafür, dass du ihn abnützen wolltest, du bist ja gerade ganz eben einmal schnell in den Läufer hinterher gelaufen, weil ihr den übersehen habt. Hoppla, hoppla. Ja, also was man vorhat und was man auch umsetzt, das sind hier nochmal zwei. Das ist richtig, aber es ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Wenn du dir das NLG-Spiel anguckst, dann gibt es viele Momente, wo ich wirklich einfach sage, äh, nee, das ist die NLG-Spiel. Das NLG-Spiel war schrecklich, das, vergesst, dass es existiert, das war, da, da stand dann Daniel auch mit so einem patentierten, einfach komplett enttäuschten Gesichtsausdruck am Rand und war so, Leute, das meint ihr jetzt nicht ernst, oder? Also da, da waren wir noch nicht wach, hatten uns nicht, hatten irgendwie vorher keine Zeit gehabt, uns warm zu machen und es war irgendwie, das ganze Spiel war komplett verhext, wir haben so dumme Entscheidungen in dem Spiel gemacht, also das war echt keine Glanzleistung. Schaut euch lieber das Spiel gegen die Porns an, das war gut. Bei unserem Spiel gegen die NLG war es, war es halt einfach auch klar, okay, die sind alle halt irgendwie 18, 17 oder so, stehen mitten im Saft. Wenn die losrennen, dann rennen wir nicht hinterher. Ja, gerade Tom ist so schnell und alle so fit, das ist unglaublich. Tom hatte aber noch einen ärgerlichen Zwischenfall auf dem Turnier, der wurde nämlich beim Jugholen einfach mal frecherweise von einer Wespe gestochen. Anscheinend sollte er den Jug nicht bekommen. Und was ich daran so respektvoll fand, er hat einfach den Zug eiskalt komplett durchgespielt, hat sich zwar, glaube ich, danach einen Zug rausgenommen, aber ab dann hat das Turnier wieder weitergemacht, als wäre nichts mehr, mitten in den Oberschenkeln, aber ja, stört ja anscheinend nicht. Das ist schon beeindruckend. Hätte ich vielleicht nicht gemacht. Weiß ich nicht. Ist schon etwas länger her, dass ich von der Biene oder Wespe gestochen wurde. Dann lass uns doch auch die Berlin Masters abschließen. Zeitgleich haben noch die zweite rheinische Meisterschaft stattgefunden. Da war dementsprechend, weil wir alle auf dem Masters waren, keiner da. Aber wenn ich das richtig verstanden hatte, hatte JJ ein Eisen im Ofen. Ja, also bei dem Pomfenbrecher, ein Team aus Breitenbach in der Nähe von mir, die haben das Turnier nämlich eiskalt gewonnen und ich war sehr froh, das zu hören. Ich habe leider kaum Erfahrungen mitnehmen können. Ich glaube, es gibt auch keine Videoaufnahmen leider. Ich hätte da bestimmt ein, zwei Spiele gesehen, aber soweit ich das mitbekommen habe, sind die da ganz gut durchmarschiert und generell haben sie, glaube ich, eine recht gute Season gespielt. Wir kommen gleich zum nächsten Turnier-Doppelung, weil offensichtlich war der August völlig vollgepackt mit Turnieren. Fast zeitgleich hat in Bamberg das Turnier zur Goldenen Pompfe stattgefunden und an dem Sonntag dann in Wuppertal das Schnappstedt-Pokal. Ich war aber bei keinem von beiden Turnieren. Da hast du was verpasst. Ihr beide habt dann was verpasst. Also ihr hättet das erstmal so machen sollen wie Nikolai, nämlich am Anfang Wuppertal mitnehmen, euch da voll essen, den Magen auskurieren auf der Fahrt nach Bamberg. Ach so rum war es, dann war Wuppertal am Bundestag. Genau, Freitag anreisen, Party, spielen und dann Bamberg. Ich habe in Bamberg bei NRG spielen dürfen. Wir haben richtig, richtig schöne Spiele gehabt und man hat auch noch mal so weit im Süden ganz andere Teams gesehen und bekommen, die diese Saison zumindest in meiner Wahrnehmung nach leider nicht so häufig zu sehen waren, wie zum Beispiel Bamberg selbst, weil denen sind wir nur noch auf der WCC begegnet. Und ich war richtig, richtig begeistert auch von dem Turnier. Vielleicht weil es nach dem Berlin Masters war, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel und wir hatten auch wieder schöne Spiele gegen Rigor, schöne Spiele gegen Zonenkinder, die auch glaube ich sogar alle größtenteils online sind auf dem Kanal von Manu, also NRG. Dann kommen wir jetzt wohl zum unbestritten größten Turnier dieser Saison und wahrscheinlich der Jugga-Geschichte die World Club Championships auch in Berlin. Ich nehme an, wir waren alle da, das hat sich eigentlich niemand nehmen lassen. Geiles Turnier, einfach ein geiles Turnier. Ich versuche es mal grob zum Reißen. Wir haben auf der Wiese vor dem Olympiastadion gespielt, es waren 72 Teams dort und es waren internationale Gäste aus aller Herren Ländern da, es war natürlich pandemiebedingt kleiner als es angesetzt war. Ich glaube, als das Turnier ursprünglich Ende 2019 und Anfang 2020 angekündigt wurde, sollten das ja bis zu 130 Startplätze sein. Auch da war schon klar, dass dann das ein oder andere drittangemeldete Team nicht kommen werden würde. Aber trotzdem, 72 ist eine Wahnsinnszahl, es war ein Riesenturnier, es war völlig, also trotz der ganzen Struktur und Überschaubarkeit war es einfach viel. Es war überwältigend. Der Ablauf ging dann über drei Tage, also man konnte Donnerstag anreisen, seine Pompfen schon den Pompfenscheck geben, dann wurde Freitag, Samstag, Sonntag durchgespielt. Man konnte mit zehn Spielern im Team oder Spielerinnen im Team auflaufen, das war schon in Jena, gab es das auch schon wegen der Genderregelung und ich glaube in Laufen wurde das auch gemacht vor Fun of Fun. Es waren verschiedene internationale Teams da, die ganze Ablauf-Turnierorganisation, das war auch nicht neu, das wurde auch schon auf anderen Turnieren getestet, aber das Programm zur Organisation der Turniere, das Togeni, hat inzwischen eine Web-Applikation und man ist in der Lage sowohl zu gucken, wann spiele ich wo, was sind die Ergebnisse auch, die kann ich jetzt online einfach über eine Web-Anwendung nachgucken, aber ich kann zum Beispiel auch Ergebnisse online eintragen, ich muss dafür nicht mehr zum Orga-Zelt laufen. Das war schon sehr praktisch. Ja und also Nico entwickelt das ja hauptsächlich, das Togeni und das Update hat Jagafin nochmal richtig vorangebracht, dass man auch die ganzen Sachen nachlesen kann und auch zum Beispiel in der Dokumentation, das ist nicht die Hauptaufgabe von Togeni, aber ich kann immer noch unseren ganzen Turnierverlauf mit den Ergebnissen nachgucken auf der Webseite, das liefert das JTA ja nicht. Das ist schon sehr cool. Dann gab es mehrere Gruppenphasen, die gespielt wurden, dazwischen glaube ich auch nochmal Relegation und am Ende gab es dann K.O.-Bäume, das waren glaube ich Achter-K.O.-Bäume letzten Endes. Durchgesetzt haben sich im Finale The Fellowship, das war ein spanisches Mixteam, gegen Rigor Mortis, ich glaube Havo und Zonenkinder haben dann drei und vier ausgespielt und die Sins und wir sind dann beide in dem Bracket darunter gelandet, also im Platz fünf bis acht. Hattet ihr denn groß die Möglichkeit auf dem Turnier internationalen Teams zu begegnen? Also wir haben glaube ich kein internationales Team gespielt, aber wir mussten ein Spiel schießen, wo die Franzosen mitgespielt haben. Ich weiß nicht mehr genau welches Team das war. Ja okay, das war dann Mekanhydra, das hatte ich geschiezt, das war jetzt nicht so eine große Herausforderung, hat man halt auf Englisch gespielt, das ging. Aber sollte nicht in jeder Gruppe ein internationales Team sein? In der ersten Gruppenphase? In der ersten Gruppenphase war es tatsächlich Wütende Tintenfische, Freilos, Falco 1 und Falco 2. Also wir haben gegen Falco gespielt, so. Da hatten wir kein internationales Team. Das ist ja echt schade. Wir hatten mehrere Begegnungen, wir hatten die anderen beiden spanischen Teams, Fimures Huafanos, tut mir leid, wenn ich den Namen jetzt geputschert habe, und Arima Guldak, ich glaube, so sprechen die sich aus, ich bin furchtbar schlechter mit spanischen Namen. Dann haben wir auch gegen die Franzosen gespielt und das war es. Da wir uns halt recht früh dann hochgespielt haben, sind wir natürlich sowas wie die Polen, die einen Eindruck hinterlassen haben auf dem Turnier, haben wir nicht mehr getroffen. Habt ihr die wahrgenommen? Nee, tatsächlich leider gar nicht. Die haben so ganz rustikal gespielt, sie hatten auch sauschwere Pompfen und der Kettenspieler hat glaube ich so eine Kurzkette gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh Mann, das war einfach viel zu groß, sowas hat man leider gar nicht mitbekommen. Und auch Gliederkette, wenn ich das richtig weiß und so, wirklich so von der alten Schule. Das war, haben die Leute drüber geredet. Aber dann scheidet ihr schon relativ glücklich gewesen zu sein, weil wir hatten tatsächlich, soweit ich das richtig im Kopf habe, ich kann mich irren, aber auch nur ein Spiel gegen ein internationales Team und das war The Fellowship. Sonst haben wir auch glaube ich gegen bisher bekannte deutsche Teams gespielt. Aber wir haben gegen die Zonenzwerke gespielt, wie erwähnt, in der ersten Gruppenphase und das war ein richtig, richtig, richtig schöner Tag, richtig schönes Spiel gegen die. Mussten auch teils gut erkannt, weil die einfach, wenn die wollen, richtig Gas geben können. Also ich glaube, die Iren waren noch da, die Schweden, ein kanadisches beziehungsweise amerikanisches Team so rum um die Savages, dann die drei spanischen Teams, die wir schon genannt haben, Basel und Wien, die sind natürlich schon recht fest in der deutschen Jugga-Community angebunden, weil die auch viele Turniere dann in den Randbezirken mitnehmen und ich glaube, Wien war auch auf den Masters, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, Wien war auf den Masters. Aber es ist auch eine extreme Herausforderung, so in Pandemie, anderes Land und wenn dann wirklich auch nicht aus dem Nachbarstaat kommst, sondern von irgendwo weiter weg muss. Ich weiß gar nicht, ob die Kolumbianer da waren beim WCC, in Larmstadt sind die ja noch gekommen, wahrscheinlich war es jetzt halt einfach nicht möglich. Waren Australier da? Ich glaube, Australier durften nicht kommen. Wie gesagt, das von mir war sehr, sehr groß und man hat viel zu wenig mitbekommen, leider. Das war schon irgendwie cool. Also die Location an sich war schon sehr beeindruckend. Ja, vor dem Olympia-Gelände zu spielen, mit dem Olympia-Stadion im Hintergrund und diesem einen Uhrenturm, Glockenturm, auf der anderen Seite, das hat sich irgendwie nach einer ganz, ganz anderen Klasse von Jugger angefühlt. Das war, also klar, man hat nicht im Stadion gespielt oder so, aber es war schon so gefühlt, oh, auf einmal ist es ein Sport, der richtig, richtig bekannt wird, weil das einfach so ein Riesengelände war. Und der auch so ein bisschen so anerkannt wird, so, also zum Beispiel hier, Jugendtraining haben wir so auf diesem halbrundenteil hinter dem Fußballtor, also auf diesem halbrundenteil der Wiese hinter dem Fußballtor, das ist so, ja, also irgendwie hat man immer das Gefühl, die Fußballer sind die Wichtigen und macht bloß den Fußballern nicht den Rasen kaputt und wir wissen ja nicht, ob die armen Fußballer dann da noch spielen können, wenn ihr da jetzt spielt und ist es so und dann war man auf diesem krassen Platz mit dieser auch geilen Umgebung, jeder eine Seite Olympiastadion, das andere, die so komplett überwucherten Treppen und so und überall Jugger-Spieler, die auf Felden spielen und diese ganze Zeit, dieses, ich sage mal, Herzschlag des Juggers, der die Trommeln ja schon fast sind, das ist, das war eine krasse Erfahrung, also das war glaube ich cool, ja das hat man auch, die haben ja auch diese Reportage gedreht, weil wir ja am Wahltag gespielt haben, da haben sie ja auch mit so einer Drohne so von oben gefilmt und sind dann so einmal runter über die Felder geflogen, das war beeindruckend, das hat das nochmal in Perspektive gesetzt, wenn man sich das so anschließend nochmal angeschaut hat. Also diese ganze Location hatte, also es war beeindruckend, es war aber auch irgendwie, weiß nicht, das Optimum ist der Familie nicht gefunden, zum einen halt Berlin, wenn man, man konnte ja nicht zelten, das heißt man musste irgendwie unterkommen und dann sind, werden die Wege in Berlin halt sehr lang, also abseits des Turniers zum Beispiel, beim Barters habe ich jetzt sehr genossen mit beim Team zu sein, das habe ich jetzt hier auch, aber wir hatten auch gar keine andere Möglichkeit, so klar hätte man sich mit irgendwelchen Leuten in der Stadt treffen können, aber erst mal raus, duschen, dann wieder zusammenkommen zum Essen oder wie auch immer, dann isst man zusammen, muss man auch wieder frühdings, weil man will ja auch immer nochmal Schlaf haben, weil drei Tage hält man das ja auch nicht durch und das ist, das fand ich so ein bisschen schade, dass man quasi abseits des Turniers nicht nochmal enger zusammen war und dass er auch einfach viel Zeit in Reise verloren gegangen ist und was auch einfach extrem weird war, was ich aus, ich komme ja aus Westfalsischen Provinz, was man da einfach nicht gewohnt ist, dass da so ein riesen Nazi-Bau einfach steht und man sieht es der Architektur einfach an und das fühlt sich schon seltsam an. Ja, das stimmt, das ist richtig. Wir hatten tatsächlich das gleiche Problem, wir hatten mit den Sins irgendwie mal versucht, noch zusammen zu Abend zu essen, das ist aber auch manchen Punkten gar nicht gelungen, aber weil jeder von uns eine andere Schlafmöglichkeit bei anderen Personen hatte und ich glaube, wir hatten auch teils Leute, die über die öffentlichen 45 Minuten Anreiseweg hatten und da war noch kein Fußweg zum Turniergelände selber drin, wo man ja auch nicht direkt hin konnte. Also mit Fußweg habe ich auch eine Stunde gebraucht. Ja, das ist schon echt einfach riesig, Berlin ist einfach riesig. Aber es war auch schon krass, ich habe ja für die Lagerschau mich mit Simon unterhalten für das Interview, was wir gemacht haben und was er da erzählt hat, wie sehr der Senat das quasi unterstützt, dass die halt Geld zur Verfügung gestellt haben, gesagt haben, wir deckeln eure Kosten quasi, also wenn ihr was überschreitet, dann übernehmen wir das und ja, diese ganzen Werbungskosten und Flächen und so, dass das alles zur Verfügung gestellt wurde für Jugga ist schon ziemlich cool. Ich glaube auch, dass wir als Community einen ganz guten Eindruck hinterlassen haben, weil ich glaube, der Rasen sah am Ende noch mega gut aus. Ja, dieses, wir spielen immer nur auf einer Reihe und verschieben den nächsten Tag auf die nächste, echt behäuft. Ja. Und wir hatten natürlich Glück mit dem Wetter, also wir hatten die so richtig Regen, wir hatten aber auch nicht diese Trockenheit und da konnte er es wahrscheinlich ganz gut am Verkraften der Rasen. Der hat das, glaube ich, ganz gut mitgenommen, ja. Das war der zweite Tag, wo es am Anfang so bitterlich kalt war, ne? Ja. Das kann sein, ja. Und Sonntag dann richtig schönes Sonnenwetter. War schön. Das war, das war richtig gut. Mit wie vielen Leuten habt ihr denn im Team gespielt? Also wir waren zu neunt, waren mit kompletter Besetzung da und hatten noch Juja uns holen können von Hagen und Pinky von ehemalig Jugga's Jugga. Aber ich glaube, er spielt auch noch Jugga's Jugga. Und hatten mit denen ziemlich gute Erfolge gefeiert. Wir waren auch zu neunt. Also da habe ich dann wieder bei meinem eigentlichen Team den Hintenfischen gespielt. Das war schon ein cooles Erlebnis, so wieder auf ein Turnier mit den Hintenfischen fahren. FKK hatte tatsächlich zwei Teams angemeldet. Da gab es halt FKK und FKK2. Da weiß ich aber nicht genau, wie viele da jeweils mitgespielt haben. Also wir hatten auch fast alle dabei. Janik konnte irgendwie nur ein paar Tage und hat dann verzichtet. Ist dann aber noch vorbeigekommen. Hat glaube ich auch noch mal bei FKK gespielt oder so. Irgendwo war er noch mal tätig, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich kann es aber nicht genau zuordnen. Vielleicht hätte ich mich auch vielleicht einfach nur so ein bisschen gepompft. Wir haben Marian reaktiviert. Der ist jetzt ja im Ref und seitdem hatte einfach nicht mehr die Trainingsmöglichkeiten. Ist dann noch mal zum Turnier gekommen. War auch cool. War natürlich extrem herausfordernd. Jemand, der halt seit zwei Jahren nicht mehr quasi mit uns zusammen trainiert, dann wieder in das Gefüge reinzukriegen. Und wir haben Franzi noch mal gesolten. Die kannten wir ja schon aus Jena und das hat sich irgendwie angeboten. Und dann hatten wir noch eine Spielerin mehr und sind damit genau auf zehn gekommen. Und das habe ich auch. Man merkt einfach, ich werde alt. Weißt du, wenn ich vorher gesagt habe, ich spiele durch, gib mir, auf jeden Fall. Ist es so, ach, ist doch schön, wenn ich mal nicht spielen muss. Dann nehme ich die Züge, die schön sind und den Rest kann schön die anderen machen. Nein, also ich habe natürlich immer noch den Draken zu spielen und auch viel zu spielen, aber auch einfach zu sagen, ich muss nicht, ist, schätze ich schon. Gleichzeitig habe ich mit dieser Zehner, also wenn es jetzt nicht so ein Riesenturnier ist, mit dieser Zehnerregelung so ein bisschen Sorge, wenn die sich jetzt irgendwie durchsetzt. Also es gab einfach drei Turniere, wo die gespielt wurde. Dass dann die starken Teams, denen es ja sowieso leichter fällt, Söldner und Söldnerinnen zu kriegen, dass die quasi dann noch mehr Spieler inbinden im Vergleich zu vorher. Weil wenn du nur acht hast, dann gehst du halt woanders Söldnern. Aber wenn du da noch, weiß ich nicht, bei einem Top-Team der Zehnte sein kannst oder die Zehnte, dann, ja, binden die da quasi die Leute, die ansonsten quasi das Feld so ein bisschen zusammenrücken würden. Deswegen bin ich eigentlich mit der Acht-Spieler-Zahl schon ganz d'accord als Beschränkung, wie man mit sich führt. Ich finde auch eigentlich sieben Spieler optimal. Wir waren jetzt zu neunt als Backup-Spieler, weil wir uns eigentlich dachten, dass Leute gegebenenfalls ausfallen aufgrund von Belastungen oder sowas. Aber neun waren für meine Wahrnehmung auch zu viel. Also irgendwie Spielzeit bei Spielen, wo es nicht rein um Aufstellung ging oder so oder generell Spielzeit reinzubringen. Wir haben immer unser bestmögliches versucht, aber das war eigentlich unmöglich. Es gab auch zu viele schnelle Wechsel, sodass man manchmal gar nicht richtig ins Spiel gekommen ist und das war irgendwie sehr schade. Ich habe über das Turnier bei uns jetzt also mit den Videos Aufstellungsstatistik geführt. Ich schaue gerade mal rein. Wir sind jetzt dahin gekommen, dass wir uns alle im Bereich so zwischen 70 und 45 Prozent bewegen, außer Marjan. Der war am ersten Tag nicht da und hat dann generell einfach natürlich durch die mangelnde Erfahrung so ein bisschen weniger Einsatz gekriegt, weil er eben nicht so flexibel auf allen Positionen eingesetzt werden kann. Aber da bin ich schon ganz glücklich mit. Zum einen, dass wir unsere Hauptkette Lutz endlich mal entlasten und von den 90 Prozent runter sind und den auf 70 schieben. Wir hatten noch eine zweite Kette Romano dabei, der hat aber auch Stab gespielt. Das heißt, der ist dann auch nicht bei 30 gelandet und manchmal war dann einfach, okay, dann spielt Romano als Stab und nutzt so ein bisschen durch. Dann haben wir immer jetzt die ganze Saison mit zwei Laufenden gespielt. In diesem Fall waren es dann Roman und Sebi, die sich dann abgewechselt haben. Verletzungsbedingt sind wir da auch nicht ganz bei 50-50 rausgekommen, weil Sebi gegen Ende dann ein paar Spiele ausgesetzt hat. Insgesamt bin ich aber sehr froh, dass wir das geschafft haben, relativ gleichmäßig zu verteilen. Also klar gibt es dann Leute, Schengen, Mario und ich, wir werden als Pompfer einfach mehr eingesetzt. Also ich setze sie mehr ein. Komm, reden wir nicht drum herum. Ich setze uns mehr ein. Aber dass sich das so ein bisschen angleicht und dann niemand irgendwie bei 20 Prozent oder so rumdümpelt, bin ich schon, bin ich ganz froh mit. Okay, das hatten wir bei uns definitiv auch nicht. Also ich glaube, unter 20 Prozent ist auf jeden Fall keiner gefallen. Wir haben jetzt keine Statistik geführt, aber ich würde auch sagen, dass jeder mindestens 40 Prozent eher 50 hatte, wobei 50 war schon echt sehr ausgewogen, aber irgendwie so um die 40 denke ich schon. Wir hatten teils an den letzten Tagen oder an dem kurz vor Ende des, beziehungsweise am Ende des zweiten Tages hatten wir Glück, dass wir so viele waren, weil Jonas, mittlerweile Münster, früher als Seven Sins, hat sich beim Q-Tub-Spielen nämlich den kleinen Finger auskugeln lassen. Ich weiß gar nicht, in welchem Duell, aber der wurde in gar keinem Duell. Der ist gehechtet. Der ist auf den Finger draufgefallen. Echt? Haua. Okay. Ich stand daneben. Den Anblick wurde mir glücklicherweise, muss ich sagen, erspart. Das war echt noch eine Aktion, Krankenhaus und alles drum. Da waren wir echt froh, dass wir dann zu dem Zeitpunkt zumindest neun Leute waren. Da war das ganz gut, dass wir irgendwie trotz allen Backup-Leute hatten. Aber Respekt, er hat am nächsten Tag dann wieder gespielt. Es war dann kein Q-Tub mehr, sondern nur noch Kette mit getapten Finger und Schiene. Und wir waren auch alle froh, dass nichts gebrochen wurde, sondern tatsächlich nur ausgekugelt. Hattet ihr verletzte Ronja? Bei uns waren die Zwillinge, Henrik und Clemens, die waren ein bisschen platt, aber nicht verletzt. Also soweit ich weiß, hat sich bei uns keiner wirklich, wirklich verletzt. Die waren nur ein bisschen, weil die zweite Impfung war irgendwie erst ne Woche her oder so. Oder die hatten sie irgendwie den Motor bekommen vorm Turnier so. Und die waren dann halt nicht ganz so fit und hatten irgendwie Kopfschmerzen oder so. Dem ging es dann nicht so super. Aber ich glaube, so richtig verletzt hat sich bei uns glücklicherweise keiner. Das war schon gut. Verletzungen hatten wir auch nicht. Wir hatten halt Überlast, wo wir die Leute dann einfach rausgenommen haben und gesagt, komm, jetzt mal ein Spiel auf jeden Fall raus und dann mal gucken. Davon waren halt einzelne Leute betroffen, aber auch nichts, was sich dann quasi über das Turnier heraus gestreckt hat. Damit war dann auch gut. Aber insgesamt gab es auf dem WCC, ich würde behaupten, auf anderen Turnieren auch, aber insbesondere auf dem WCC dieses Jahr extrem viele Verletzungen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber im Interview hat Simon ja auch gesagt, wie oft sie den Krankenwagen gerufen haben und wie oft er gefahren ist und so. Das ist schon ein bisschen erschreckend. Ich habe mir mal so eine Hausnummer geben lassen von den Darmstädtern. Das war, zum einen war die Zahl an sich nicht so belastbar, aber es war auch eine ganz andere Dimension und der Gedanke liegt natürlich nah, dass mit dem WCC und die Belastung einfach drei Tage lang spielen zu können, einfach viel mehr Leute in so eine Verletzung reingerutscht sind, als es in der normalen Saison wäre. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch teilweise an Corona liegt, weil man halt nicht so viel Training hatte und immer wieder irgendwie was ausgefallen ist und so. Und dann ist man halt nicht so fit oder ja, also meistens ist man da nicht so fit oder hat irgendwie irgendwo Muskeln abgebaut, die halt irgendwie stabilisieren oder so und dann kommt es halt schneller zu Verletzungen. Und Jugga hat halt auch einfach einen großen Teilnehmer oder Teilnehmerinnenstamm, die gar nicht auf Sekundärsportarten dann noch ausweichen, die dann wirklich nur Jugga spielen und dementsprechend das auch nicht kompensieren können. Ich meine, mit anderen Sportarten ist natürlich auch sprich, wenn du irgendwie Volleyball gespielt hast oder so, ging das ja auch nicht, es sei nur was Beachen. Ich denke, da sind Jugga halt insbesondere nochmal anfällig dafür und das hat das WC natürlich mal richtig betont. Wir hatten eine ganz interessante Situation beim Ende des zweiten Tages, weil dadurch, dass wir größtenteils alles gut gewonnen haben, glücklicherweise gut gewonnen haben, hatten wir die ersten acht Plätze laut Turnierplan sicher und die Gruppenphase, die dann für uns kam, war eine reine Gruppenphase, die dann ausgespielt hat, wie stark beziehungsweise wie schwer die kommenden Gegner dann für uns werden. Und wir hatten da in dieser Gruppenphase war, also wir als Sins haben dann gespielt gegen Rieger und Zonenkinder, die beiden Teams waren dann bei uns in der Gruppe und wir haben Zonenkinder geschlagen in einem sehr, sehr knappen und schönen Spiel. Anstatt dann den einfacheren Gegner zumindest von der aktuellen Wertung her zu bekommen, haben wir Fellowship bekommen. Der Grund dafür war, dass Bamberg eigentlich gegen Fellowship hätte spielen müssen, ich glaube in der gleichen Gruppe wie Leipziger Nachtwache. In dieser Gruppenphase von Leipziger Nachtwache, Bamberg und Fellowship ging es dann darum, welches Team in diese oberen Top-8 Teams noch rein kann, also da nochmal seine Plätze gut spielen kann. Ich glaube, Bamberg hat dann nicht mehr gegen Fellowship gespielt. Ich weiß nicht, ob das verletzungsbedingt oder irgendwelche anderen Gründe hatte. Fellowship hat aber das nicht einfach so sitzen lassen und meinte, ja, wenn wir das nicht ausspülen, dann machen wir halt einen Münzwurf. Wir wollen das nicht einfach so gewinnen, so ehrenhaft, wie das auch für Bamberg und Fellowship zwischen den beiden Teams war. So ärgerlich war das dann für uns, weil den Münzwurf hat dann Bamberg gewonnen, so haben die dann laut Turnierplan 5-0, 5-0 gegen Fellowship gewonnen. Und wir durften dann anscheinend anstatt gegen Bamberg, weil wir ja gegen die Zonenkinder gewonnen hatten, in der anderen Gruppenphase durften wir dann am nächsten Tag direkt gegen Fellowship ran und die haben uns gezeigt, was spanisches Top-Team bedeutet. Also wir haben auch irgendwie leider da keinen richtigen Angriffswinkel bekommen. Wir haben Schilde und Ketten gehabt, die böse reindrücken und sehr böse pushen können. Das war für uns leider sehr ärgerlich. Diese Konstellation hat uns auch getroffen, weil wir haben in unserer Gruppe die Münchner und die HAVO geschlagen, waren damit top platziert in unserer Gruppe und durften dann direkt gegen die Zonis ran. Weil wir die geschlagen hattet. Weil ihr die geschlagen hattet, genau. Haben das dann leider verloren und waren damit auch nur noch für Platz 5 zu platzieren und haben damit auch das Spiel gegen die Fellowship verpasst. Bei uns lief es am ersten Tag sehr, sehr gut. Also ich glaube, da haben wir ein Spiel gegen Falco verloren gehabt und den Rest gewonnen. Und das war für uns so eine komplett neue Erfahrung so, weil sonst, ja, also wir waren halt als WTF, waren wir halt noch nicht auf so unglaublich vielen Turnieren und waren dann auch noch nie so wirklich so an der Spitze, sage ich jetzt mal. Und dann war das so, ja, ja Leute, ihr könnt hier noch top blablabla werden und ihr seid hier gerade voll weit oben im Bracket und wir waren so, was in aller Welt passiert hier gerade? Der zweite Tag hat uns dann wieder ein bisschen die Realität gezeigt und wir sind dann ein bisschen vermöbelt worden, würde ich mal sagen. Also ich glaube, am zweiten Tag haben wir ein Spiel unentschieden gespielt gegen die Partyhände und ansonsten haben wir eigentlich nur verloren. Das war schade, besonders die letzten beiden Spiele, weil wir haben gegen die Schergen 2.0 am ersten Tag schon gewonnen gehabt und am zweiten Tag haben wir gegen sie verloren. Das lag auch teilweise daran, dass wir irgendwie zwischenzeitlich vier Stunden Pause hatten, aber anstatt uns zu sagen, jo Leute, ihr habt vier Stunden Pause, wurden uns alle zehn Minuten gesagt, Leute, was macht ihr hier? Ihr müsst da hinten auf Feld 13 oder so, das war so das letzte Feld in der Reihe, müsst ihr schießen jetzt und dann gleich spielen. Das heißt, uns wurden, die sind irgendwie so alle 15 Minuten oder so, sind wir einmal über den Platz in Panik gerannt und dann war da nichts. Das war halt sehr schade und dann hatten wir auch irgendwie, waren wir dann schon recht fertig bei den Spielen und konnten, also Schergen 2.0 haben wir dann verloren und wir waren einfach komplett durch am Ende und haben dann gegen Slot Machine haben wir dann auch noch verloren und ich glaube, wenn wir das früher gespielt hätten oder halt irgendwie die Pause anders verwendet hätten, hätten wir das vielleicht gewinnen können. So wie es aussieht, haben wir es dann verloren gehabt, aber am letzten Tag, haben wir eigentlich alle Spiele gewonnen, bis auf das letzte. Das heißt, wir waren am ersten Tag steil hoch im Ranking, am zweiten Tag steil runter und am dritten Tag haben wir uns dann noch, waren wir dann, konnten wir noch höchstens Top 25 werden und haben uns dann hochgekämpft und dann das Spiel um Platz 25 war gegen FKK. Und wir standen alle so und waren so, was? Hallo? Wer hat diese Turnierplanung gemacht? Und das Schlimmste war, wir haben unentschieden gespielt. Das heißt, wir sind nach Berlin gefahren, haben uns aber durch dieses Turnier gekämpft, um am Ende gegen unser Erwachsenenteam unentschieden zu spielen. Aber das zeigt auch, wie gut euer Jugendteam ist im Vergleich, oder was ist es im Vergleich, aber zumindest im Gegensatz zu dem Erwachsenenteam, dass ihr euch messen könnt, ist doch herrlich zu sehen. Das war schon, das war schon sehr amüsant und wir haben uns alle einen kleinen Tick verarscht gefühlt. Also ein wenig fand mir die ganze Situation schon seltsam. Das Doofste war halt, es stand irgendwie 4-4 und FKK hatte einen Jug gemacht, also hätten sie eigentlich gewonnen, aber es gab eine Wiederholung. Aber zu dem Zeitpunkt fing das Finale gerade an. Das heißt, unsere Schieris waren so, ja, wir wollen Finale gucken und dann hatten wir auf einmal keine Schieris mehr. Geil. Ja, und dann haben wir uns auf Unentschieden geheinigt und waren so, ach, wir pompen das mal im Training aus. Haben wir bisher noch nicht gemacht. Vielleicht begegnet man sich ja in der Zukunft noch auf einem Turnier. Im Training wollten wir das irgendwie noch nicht auspumpfen. das hatte auch sehr, also die Erwachsenen waren da auch sehr, ich war so ein bisschen angespannt, weil sie konnten nicht das Gesicht verlieren und gegen die Jugendmannschaft verlieren. Und wir waren so, geil, wir können jetzt hier den Erwachsenen, wir werden Kiel 1. So, das auf dem ganzen Turnier war auch ein bisschen, was einige von meinem Team genervt hat. Also mich hat das jetzt nicht so unglaublich genervt, aber einige fanden das echt doof, dass wir öfter mal einfach mit FKK angesprochen wurden, weil wir sind halt die Wittenden Fische und wir haben ähnliche Trikotfarben wie FKK, weil wir halt damals entschlossen haben, wir sind alle irgendwie, Kiel ist schon verbunden, wir sind zwar zwei verschiedene Teams, aber irgendwie gehören wir doch zusammen. Und haben jetzt eigentlich dieselbe Trikotfarbe halt mit ein bisschen anderem Design. Das heißt, wenn du weit weg bist. Aber ich finde das krass, dass das bei euch so genau getrennt wird. Also ich kenne viele Teams, wo zwar dann das Jugendteam einen anderen Namen hat, aber wenn das Jugendteam nicht antritt, die meisten Leute woanders spielen, in dem Hauptteam spielen und so. Ja, also die Trennung ist schon irgendwie da, aber wie gesagt, ich habe jetzt auch zwei Turniere bei FKK mitgespielt und es ist halt auch so, dass ein Großteil von den Leuten auch im Erwachsenenteam auf Turnieren willkommen wäre oder ist. Ich weiß jetzt zum Beispiel Gregor und Kasimir, bei denen fällt es mir jetzt direkt spontan ein, die haben auch schon bei FKK gespielt. Aber wir sind auch irgendwie so stolz auf unser Jugendteam und haben halt diesen Zusammenhang. Also wir sind irgendwie miteinander groß geworden. und so. Ja, wir sind halt unser Team und wollen uns da von den Erwachsenen auch nicht so dazwischenquatschen lassen. Es war mal, ich glaube, das war vor zwei Jahren oder so. Da haben sie mal gesagt, so Leute, ihr werdet jetzt langsam groß. So, wenn ihr jetzt 16 seid, dann kommt mal ins Erwachsenenteam. So, dann werdet ihr sozusagen FKK. Aber ich, wir haben, also ich persönlich habe mich ein bisschen dagegen gesträubt. Also ich bin dann halt zum Erwachsenentraining mit hingegangen und so, weil das macht schon Sinn, dass man dann nicht nur einmal die Woche Training hat. Aber ich war so, ich bin immer noch ein Wütner-Tintenfisch und kein Fischkopfkrieger. Ja, also ich bin halt eine der Ältesten im Jugendteam. Die Zwillinge, Clemens und Henrik, die sind ja jetzt erst 16 und beziehungsweise werden im Sommer 17. Und bei vielen war das dann halt noch nicht so relevant, ins Erwachsenenteam zu wechseln oder nicht zu wechseln. Und wir haben dann irgendwie einfach entschieden, okay, wir bleiben WTF, wir bleiben als Team zusammen, wir füllen jetzt nicht FKK auf. Genau. Und dadurch entstand dieses Ganze, wir beweisen den Erwachsenen, dass wir stärker sind, Situation auf dem WCC. Und dann endete es halt in Unentschieden. Und es war ein bisschen seltsam. Ich bin gespannt, wie es dann auf der nächsten WCC bei euch das Spiel gegeneinander ausgeht. Da sind alle gespannt. Ein paar von den Erwachsenen haben jetzt schon Angst. Wir sind alle, also die Jugendlichen sind alle gehypt. Die Erwachsenen sind alle ein bisschen vorsichtig. Mal schauen, wie es ausgeht. Es wird auf jeden Fall spannend. Und wir haben sozusagen so eine kleine Mini-Kampagne irgendwann gestartet gehabt und haben allen gesagt, sie sollen FKK mit WTF ansprechen, weil wir halt nicht mehr mit FKK angesprochen werden wollten und jetzt durchsetzen wollen, dass WTF das Kieler Erstteam wird. Dazu ist FKK zu bekannt in der Jugga-Welt und WTF zu unbekannt. Aber ich kann das ja hier mit diesem Podcast in die Welt setzen. Mal schauen, was dann passiert. Der Algorithmus arbeitet aber gegen dich. Ja, leider. Es ist nämlich so, dass FKK-Videos aus Gründen, auf die wir mal nicht eingehen wollen, unverhältnismäßig häufig geklickt werden. Also man kann ja über YouTube auch nachgucken, warum, also mit welchen Suchbegriffen sind die Leute da hingekommen und ganz viele Leute suchen FKK auf YouTube. Ja, also den Fehler, den habe ich noch nicht begangen, weil ich mir vorher bewusst war, was passieren könnte. Deshalb suche ich immer nur nach den Gegnern. Also ich weiß, gegen wen sie gespielt haben und bin dann so, okay, wen haben sie denn jetzt gespielt? Du hast gerade eben schon die Schergen angesprochen. Ich wohne ja inzwischen in Münster und bin auch bei dem im Training und beteilige mich auch im Training, an der Trainingsgestaltung und habe deswegen so ein bisschen tieferen Einblick inzwischen in die Schergen und die hatten ja ganz furchtbares Hochwasser gewonnen, als sie in Wuppertal das Turnier tatsächlich gewonnen haben, sich da gegen die HAVO durchgesetzt haben und dann sind die aber diesen ganzen Drive, der war irgendwie wieder weg und sie haben sich irgendwie so aufgeteilt, dass eigentlich die ganzen, was jetzt quasi die Stammspieler der Schergen bilden werden, sind dann quasi fast alle bis auf Luke und ich glaube Paul, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind zu Schergen 2.0 gegangen und die Schergen 1 waren, ja, hat schon ein paar Söldner dabei, also Linus hat auf jeden Fall da gespielt, dann auch Leute, die quasi gar nicht so in dem Trainingsplus drin sind und eigentlich eine total seltsame Konstellation. Die waren auch irgendwie, glaube ich, nur zu 6.0 oder zu 5.0, waren dann auch ab nach dem zweiten Tag alle kaputt, keiner konnte mehr richtig spielen so und die haben sich auf Platz 16, 17 gesetzt oder so, keiner weiß wie, die haben das irgendwie durchgeprügelt, völlig banane und die 2.0er haben sich auch ganz okay platziert, aber weiß ich auch gerade nicht die Zahl, von daher ist man in Münster mit der Turnierausbeutung im WCC sehr zufrieden. Okay, schön für die Münsteraner. Dann lasst uns noch ein bisschen auf das Drumherum vom Turnier eingehen, es gab ja auch Merch zu holen, das Ganze war frei für Zuschauer, der Weg dahin war natürlich ein bisschen unzugänglich. Es wurden auch Pornspullis verteilt, die dann zwischendurch als offizielles WCC-Merch gesehen wurden, was ganz witzig war. Das habe ich mitbekommen, aber das ist ja super witzig. Das habe ich mitbekommen. Ja, weil also die Pullis von der Orga, also die Pornspullis, da steht ja nicht WCC drauf, ob ich das weiß, aber die von der Orga, die gab es irgendwie am ersten und am zweiten Tag nicht, die wurden irgendwie erst am dritten oder so verkauft. Nee, am zweiten gab es sie schon. Okay. Und wir hatten aber halt unsere große Kiste und hatten halt die ganzen Bestellungen von den Leuten und haben halt die ganze Zeit Pullis verteilt. Und das Erste, was halt Freitagmorgen passiert ist, dass jeder halt einen Pornspulli anhatte, der einen bestellt hatte. Das war schon ziemlich fresh. Ja, aber ich finde das Merch ganz cool. Ich habe mir den Pulli sogar auch liegen. Den habe ich tatsächlich ein bisschen gebraucht. Da habe ich ein bisschen geschlafen bei der Bestellung und Nachbestellung und dann mit Online-Shop. Das heißt, am Ende kam er erst an Weihnachten an. Das heißt, am 24. kam das Paket und ich war so, ich lege es einfach unter den Baum. Meine ganze Familie war so, was ist denn in diesem Paket? Was hast du da bestellt? Und ich war so, ich weiß das doch. Eigentlich wussten es alle. Und dann mache ich diese Kiste auf und es sind die WCC-Pullis für mich und meine Schwester drin. Und die ganze Familie war so, ah. Lucy war total begeistert, weil die überhaupt nicht mit gerechnet hat. Ja, ich habe hier auch Pulli. Ich finde es auch cool, dass ein Kettenspieler darauf ist. Aus ganz total banalen Gründen. Genau. Also der Weg des Merch war ja auch irgendwie spannend, dass die irgendwie es noch übers Knie brechen mussten und sich dann daran orientiert haben, was sie vorher abgefragt haben, woran die Leute Interesse hätten. Was natürlich völlig das überstiegen hat, was tatsächlich abgefragt wurde. Ganz überraschend. Ich glaube, ich habe tatsächlich den letzten Buff gekauft gehabt. Oh, du warst das. Ich glaube, das war ich. Das ist auch ganz seltsam, dass Juggerspieler Interesse an Schlauchtüchern haben. Wer hätte das gedacht? Die gingen wohl ordentlich gut weg. Aber ich habe es auch nachbestellt und den muss ich mir noch bei wem abholen, wo es hinbestellt wurde. Aber da habe ich auch endlich einen. Genauso wie die Ausrichter von anderen Großturnieren, Kierke kann davon ja auch ein Lied singen, haben sie ordentlich Verlust gemacht mit dem Turnier, anstelle gewinnen. Aber da der Senat das ja irgendwie ausgleicht, kommen sie anscheinend da auch ganz gut raus. Habt ihr denn das Finale auf der WCC gesehen? Ja. Ich glaube, Max, du hattest das gefilmt. Ich habe das teilweise mitgefilmt. Dann musste ich aber auch leider irgendwann los, weil ich eine viel zu optimistische Zugverbindung gebucht habe. Und deswegen konnte ich dann, ich glaube, die letzten zwei Sätze nicht mehr sehen. Also ich habe Finale geguckt und ich fand das sehr cool. Irgendwann hat mir jemand gesagt, hey, schau dir mal den Kettenspieler von Fellowship an. Das habe ich dann mal gemacht und ich war mir nicht ganz sicher, was er da eigentlich tut und wieso es funktioniert. Also teilweise hat er ja irgendwie diese Schwünge gemacht und sie dann im Schwung in Schüsse umgewandelt. Das war schon sehr faszinierend. Und dann gab es noch diesen einen, der die ganze Zeit von oben gespielt hat und ich dachte mir so, wieso trifft er die Köpfe nicht? Also ich war schon sehr beeindruckt von dem Kettenspiel, was da teilweise abging. Und auch dieses, wir stehen eigentlich auf der 3, aber ich drohe dem Kettenspieler, der auf der 1 ist, über die Köpfe von meinen ganzen Mitspielern hinweg. Das war schon Next Level Juggerspielen, so jedenfalls für mich. Und ich will irgendwann auch mal so geil spielen. Also ich fand es, das was ich wahrgenommen habe, irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, aber seltsam der richtige Ausdruck ist. Also es wurde ja mit extrem hoher Geschwindigkeit und mit extrem viel Athletik gespielt. Das war zum Ansehen, finde ich, ein spannendes Spiel. Es waren halt nur vierte Leute auf dem Platz, die halt da gehüpft und geballert haben ohne Ende. Das war cool. Gleichzeitig, klar, man ist nicht in der Situation, aber von außen gesehen hat man das Gefühl, dass quasi diese ganze, Linienkomponente, die ich natürlich sehr schätze, Pons bedingt, dass die halt nicht ausgespielt wurde. Ist ja okay, hat ja jeder seinen eigenen Spielstil und Rigor ist ja offensichtlich erfolgreich genug damit, da kann man eh nicht den Vorwurf machen. Aber natürlich gerade die Fellowship, die, wenn die 1 nicht kann, dann ist es, aber wenn die 2 sagt, nicht können, dann sind das Q-Tips und Linienspiel. Vielleicht wären das ja genau die potenten Mittel gewesen. Jetzt hatte Rigor halt keine Q-Tips, was will man machen? Aber ja, ich hätte halt gerne ein Team gesehen, was auf Endniveau quasi so eine Versuch dann, also gegen dieses Einzelne, gegen dieses, wir stellen Schild dahin, was einfach nur Druck macht, dagegen eine Linienantwort zu versuchen zu finden. Das hätten wir halt gerne gemacht, wir hatten halt nicht die Chance. Ich weiß auch nicht, ob das erfolgreich gewesen wäre, aber ich würde gerne die Auswirkung davon sehen. Ja, das stimmt, das gab es glaube ich gar nicht. Zumindest was ich so verfolgt hatte, wir hatten es ein bisschen probiert, aber sind auch an deren Ketten, also Kette steht, die Kette, die eigentlich auf der 4 steht, steht auf der 3 und das Schild kauert vor der Kette, sodass du gar nicht in die Kette reinchargen kannst, bedroht aber 3 Positionen. Das ist so ein Druckspiel, was du gegen dich hast und ich finde auch als Antikette hatte ich glaube ich kein richtiges Gefühl, was ich stattdessen machen kann, wie mich von den beiden Personen bedrohen zu lassen, was halt auch extrem brutal ist, was du schon angesprochen hast, durch die athletischen Leistungen dahinter, dass die halt super schnell sind. Wenn die halt einmal durch sind, dann wird halt abgestraft. Da ist halt eigentlich der Punkt durch, sobald einmal die Linie angefangen hat zu clashen. Ja, ich meine, Rico hat das ja, hat er ja gegengestellt und hat ja auch mit extrem viel Athletik daran gearbeitet. Das war nicht so eindeutig, aber es hatte vor allem auch die Folge, dass es auch relativ viele Zusammenstöße und Sachen gab, wo ich persönlich, ich würde die gerne nicht sehen im Jugga. Nicht, dass da irgendjemand böswillig irgendwie reingerannt wäre oder so, aber es war halt durch das Tempo einfach ein Härtegrad, den ich nicht brauche. Ich fand das Tempo sehr ansinnig, wie du es auch gesagt hast. Ich müsste mir das Video, wenn es endlich mal draußen ist, was ich ja hoffe, was bald geschieht, unbedingt. David ist da dran. Das ist sehr schön. Das freut mich richtig. Dann werde ich das genauer mal anschauen, weil ich habe das nicht mehr so genau im Kopf. Ich habe, wie du schon angesprochen hast, größtenteils nur noch die Sprünge im Kopf von den Schilden über Ketten, Leute, die in der Luft liegen, Läuferleistungen von Kurt und dem spanischen Läufer, die unglaublich schnell waren. Ich kenne leider seinen Namen nicht, aber Junge, Junge, Junge. Der Boy ist, das war Wahnsinn. Was der gezogen hat, wie viel der noch gedreht hat für das Team, war enorm. Ich hätte jetzt auch richtig oft einfach so vor den ganzen Pompfern einfach weggelaufen, so einmal komplett ums ganze Feld, wo man eigentlich als Läufer normalerweise nicht wirklich eine Chance hatte und er wusste einfach, wo er langlaufen musste und hatte dieses Tempo. Ich betrachte spanische Spiele ja nur aus der Distanz. Ich hatte halt immer das Gefühl, dass die Spanier im Sinne von also die Läuferleistung alleine schneller, Läufer rennt durch, Punkt, klar, aber wie kann ich meinen Läufer nutzen, dass der quasi durch seine Bewegung, durch sein Raumspiel einen Mehrwert generiert, dass die das schlecht beziehungsweise gar nicht genutzt haben. Es gab so Situationen auf dem Catch the Fish, wo dann die beiden spanischen Teams im Finale gespielt haben und es war eine Pinsituation und dann standen da die beiden Läufer und dachten sich einfach so, nö, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Die haben gar keinen Angriffsvektor gefunden, obwohl die halt offensichtlich da waren und deswegen scheint mir dieser Läufer, den jetzt die Fellowship dabei hatte, quasi insofern eine Ausnahmeentscheidung zu sein, dass der halt für sein Team einfach sehr gutes Raumspiel auch betrieben hat. Also klar, der ist auch durchgerannt, irre schnell, irre präzise gesteckt und so, aber auch die Würfe, die er gemacht hat, die Position, an die er sich begeben hat, das war einfach extrem gut und ich glaube, das wurde hauptsächlich durch ihn initiiert und weniger quasi durch die Positionierung des Teams, der Pompfenden, weil es sind halt, irgendwann sind es ja doch nur noch Schilde und Rennen und Hauen. Ich kann nur super viel Respekt ihm geben, weil ich glaube, soweit ich das mitbekommen hatte, die drei Tage komplett durchgespielt. Ich habe es kaum gesehen, dass jemand anders aus dem Team mal gelaufen ist und ja, WCC war nicht das Turnier mit den meisten Spielen an einem Tag, aber doch die meisten Spiele bezogen auf ein Turnier und die hatten ja auch richtig anstrengende Spiele. Ich glaube, die haben im Vorjahr hinein in der Gruppenphase gegen Riga einmal unentschieden gespielt, mussten gegen Havo, glaube ich, ran, mussten gegen Zonenkinder ran. Das sind schon Spiele, die ein hohes Tempo haben und wo du das Niveau auch halten musst, damit du dich da beweisen kannst. Also wirklich, ich habe mega Respekt an die Spanier und bin froh, dass wir das jetzt auch hier mal im deutschen Jaga seit langer Zeit wieder sehen konnten. Tatsächlich nur noch eine Kleinigkeit. Ich baue ja tatsächlich einen großen Teil Pompfen selber oder baue alle meine Pompfen selber und habe an der WCC zum ersten Mal eine 12-10er Langpompfe gebaut. Also 12-10er beschreibt immer die Kernrohrdicke, 12 mm gibt das Außenmaß des Rohres an und die 10 mm das Loch des Rohres, sprich 1 mm Wandstärke und einen Gesamtdurchmesser von 12 mm. Das ist relativ dünn und ist mir aber nicht gebrochen, hat die komplette WCC durchgehalten, hält die letzten Trainings auch noch und spielt sich ganz eigenartig. Ich weiß noch nicht, ob es mir so gefällt, aber ja, hat die WCC drei Tage gut durchgehalten. Dadurch wird die Pompfe auch leicht gesamt kopflastiger, weil das Schwerste, was du ja eigentlich hast an der Pompfe, ist die Stechspitze. Ja, und du sparst ja größtenteils am Gesamtgewicht der Pompfe. Dadurch hast du auch manchmal das Gefühl, dass die Pompfe schwerer ist als eine zum Beispiel 14-12er-Langpompfe, auch wenn sie es vom Gesamtgewicht, ich glaube, ich bin bei 160 oder 165 Gramm, nicht ist. Es gab im IOC-Discord nach dem WCC eine Diskussion darüber, dass die deutschen Q-Tips ja alle zu hart flexen und das ist ja ganz schlimm und das geht ja nicht, weil dann blockt man ja und dann geht das ja über den Block drüber, das ist ja voll gemein, das muss man ja mal regeln, also so geht das ja nicht. Wir haben bei uns im Team nicht wirklich Q-Tips, also im IOC-Discord war keiner dabei, der Q-Tip gespielt hat und wir haben zwar jemanden bei uns im Team, Leander, und der ist mittlerweile, also es wirkt immer noch so ein bisschen, als wäre er der Neue, aber mittlerweile ist er auch schon irgendwie, keine Ahnung, zwei, zweieinhalb, vielleicht sogar drei Jahre dabei, aber ansonsten haben wir eigentlich keine Q-Tip-Spieler wirklich. Das ist ein bisschen schade, besonders wenn man halt irgendwie gegen Q-Tips spielt, die sehr guten Kettenblock machen oder so, weil man dann nicht wirklich so weiß, was mache ich jetzt hier eigentlich so genau, weil man halt im Training das nicht wirklich üben kann, weil halt kaum jemand Q-Tips spielt. Bevor das Turnier losging, an dem Donnerstag A, noch mit einzelnen Spanschen, also von den Fellowship-Schildspielern und auch anderen gepompft, da war ja noch dieses offene Training auf dem Rigor-Trainingsgelände am TEB, ja, dann habe ich da ein bisschen mit denen gepompft. Du hast halt auch einfach gemerkt, so, die Stärken bleiben natürlich, aber, also von den Schildspielenden, aber was man mit dem Q-Tip halt machen kann eben, dass unklar ist, aus welcher Richtung der Angriff kommt, wenn man das effektiv nutzt, dann, ja, kippt das Verhältnis doch relativ leicht zum eigenen Vorteil. Sobald man sich aber zu sicher ist und zu nah herangeht, ist man natürlich direkt weg, dann knallen die halt los und dann hat es auch mit dem Q-Tip keine Chance mehr. Aber das war so meine Hoffnung so, wir haben viele Q-Tips dabei gehabt, wir haben auch ein paar unorthodoxe, andere Spielweisen in der Hinterland gehabt, die wir jetzt gegen die Spanier hätten testen können, also gegen die Fellowship hätten testen können, die anderen Spanier haben zwar auch schildbetont gespielt, aber da waren die Schilde nicht die Druckpunkte, die waren halt auf dem Feld, aber es waren nicht die Dreh- und Angelpunkte des Spiels. Da hätte ich halt gern einfach mal unsere Q-Tips hingesetzt und einfach mal geguckt, was die Schilde machen. Hast du eine gewisse Quote gegen jemanden spielen können, kann dann so zehnmal gegen eine Person? Nein, habe ich nicht gezählt. Am meisten habe ich mit der Julia gepompt, die ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, auch jetzt nicht die Vorzeigeschildspielerin, die hat halt, kommt, glaube ich, aus dem Boxen, also zumindest sieht es so aus, was die Beinarbeit angeht. Die hat auch mal mit dem Frager ein Video dazu gemacht über ihre Beinarbeit. Ist ein komplett anderes Konzept als welches Leber, aber ist okay. Und die Kernpunkte waren aber die gleichen. Also du versuchst halt irgendwie den Fokus auf die eine Seite zu lenken und dann mit der anderen zuzuschlagen oder dann zuzuschlagen und dann doch wieder zu wechseln. Das ist ein Q-Tipspiel halt, wie du es so machst. Und immer, wenn ich zu nahe rangegangen bin, war ich meistens ab, wenn man so denkt, so jetzt nochmal schön durch den Block durchschlagen, das klappt halt nicht, sondern du musst halt wirklich den Q nutzen. Und dann, das ist meine Erinnerung, ich kann lügen, es wird irgendwas 70, 30, 60, 40 gewesen sein, keine Ahnung. Also es war keine 50, 50 und es war, es ging für mich aus. Aber wie viel es genau sind, kann ich nicht sagen. Und bei den anderen Schildspielenden kann ich es noch weniger abschätzen, weil wir dann weniger, also mit denen habe ich weniger gepompt. Ich kann aber sagen, dass die Methoden, die ich bei ihr gemacht habe, bei den anderen auch funktioniert haben. Und die Methoden, die bei ihr nicht funktioniert haben, haben bei den anderen auch nicht funktioniert. Also Q-Tube Master Race, wenn man in Spanien dominieren will? Ich habe es halt nicht auf Spielniveau getestet, sondern nur eins gegen eins. Das ist halt wenig aussagekräftig. Deswegen ärgert es mich so, dass wir das Spiel nicht hatten. Das stimmt. Parallel zur WCC fand ja auch die Bundestagswahl statt. Ronja, das war ja deine erste Bundestagswahl, an der du wählen durftest. Wie hast du denn gewählt? Ich habe per Briefwahl gewählt, wie vermutlich die meisten, die bei WCC mitgespielt haben. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass ein paar Berliner Teams da einfach mal beim Wahllokal vorbeigegangen sind. die Berliner Wahllokale wolltest du dir nicht antun. Das war ja wohl alles schlimm. Ich fand das auch sehr interessant, dass die dann da halt mit dieser Reportage-Crew vorbeigekommen sind und dann halt so einfach mal Juggerspieler interviewt haben. Was machen andere Leute am Tag der Wahl? Das war interessant, besonders auch, weil sie dann halt auch unser Spiel gegen Kranium X Apparatus gefilmt hatten und dann das tatsächlich auch in den Beitrag reinkam. Also von diesen, keine Ahnung, sechs, sieben Spielen, die sie dann gefilmt hatten, dann war da uns das, was zum Erklären von Juggers genutzt wurde, was ich halt schon irgendwie cool fand, weil das hat dann Juggers nochmal Aufmerksamkeit gebracht, weil die Leute, die vielleicht so eine Wahlreportage gucken, würden jetzt normalerweise nicht auf Juggers stoßen und dann war auf einmal dieser Beitrag da drin. Weißt du noch, wer den überhaupt produziert hat? Wollte ich gerade mal fragen, weil ich würde den eigentlich ganz gerne auch mal sehen. Vielleicht zumindestens. Spiegel TV. Spiegel TV, doch. Spiegel TV hat den Beitrag gemacht und dann sind sie am Anfang so mit der Drohne so über den Platz geflogen und man hat die ganzen Felder gesehen mit den ganzen kleinen aus der Perspektive Juggers Leuten, die da rumgelaufen sind. Das war sehr cool. Hat Juggers allgemein nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit gegeben. Ich weiß nicht, sind bei euch anschließend Leute vorbeigekommen und waren so, hey Juggers, wir haben da diesen Beitrag gesehen, wir wollten das jetzt mal ausprobieren? Nein, so traurig das ist in der ganzen Zeit, in der ich Medienarbeit für Juggers tue, hat noch nie jemand darauf gesagt, ich bin wegen etwas, was wir Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben oder was andere Öffentlichkeitsarbeitsmäßig gemacht haben, zum Juggers gekommen. Schade. Sowohl in Paderborn als auch in Münster. Wäre mir auch tatsächlich bei uns nicht bekannt, dass da irgendjemand durch die Videos oder sonstige Medienbeiträge aufmerksam geworden ist? Aber lenken wir doch unsere Aufmerksamkeit mal gegen Jahresende. Wir haben noch hier ein paar Turniere auf der Hand, die natürlich nicht den Umfang haben. Zum einen die 14. Saarländische Meisterschaft, auch in Homburg. Ich wollte gerade sagen, das war das glorreichste Turnier überhaupt. Hallo? Dann erzähl doch mal davon, JJ, was ist passiert? Also ich würde mal sagen, das war eins der Turniere, was am nächsten an den Jugga-Film rankam, zumindest was das Finale betrifft. Nee, die 14. Saarländische Meisterschaft habe ich bei den Pompfenbrechern gesäutert, weil wir 7-Sins ziemlich voll waren. Das war ein ganz gemütliches Turnier, so ein bisschen nach der WTC. Einfach mal treffen, Chillic-Jugga spielen. Wieder von der Orga mit Steinen, wie man das von Homburg beziehungsweise von den Saarländischen Meisterschaften kennt. Auch wieder nach 100 Steinen mit keinen elektronischen Trommeln. Wir hatten mit der Orga auch teils wegen den elektronischen Trommeln nochmal ein bisschen drüber gesprochen, auch wegen Frauenquote. Das war eine ganz interessante Diskussion, die aber leider zu keinem schönen Ende gekommen ist oder zumindest zu einem einheitlichen Ende gekommen ist. Die möchten auf ihre 100 Steine beruhen und wenn es dann zeitlich eng wird, anstatt auf irgendwie kürzere Sätze runterzugehen oder auf Zeitbegrenzung, lieber zweimal 80 Steine spielen. Aber das ist, ich meine, wenn es die Orga ist, dürfen die das frei entscheiden. Aber im Finale gab es dann einer meiner Highlights dieser Jugga-Saison und zwar haben die Monks, glaube ich, beschlossen, im Finale Steine gegen ein Backblech zu werfen, denn wir spielen ja Steine, zweimal 100 Stück oder zweimal 150, aber ich glaube, im Finale waren auch zweimal 100. Und das wurde von der Orga einfach abgenickt, weil es ja Filmreal und das war ein Highlight dieser Saison. Haben die dann vor sich so einen Haufen mit 100 Steinen irgendwie zusammengesammelt oder haben sie Steine wiederverwendet? Ich glaube, sie haben Steine wiederverwendet. Ich glaube, sie hatten so fünf Stück, die sie dann immer abwechselnd gegen das Backblech geworfen haben, aber der Anblick war herrlich. Ich meine, im Finale kann ich mich jetzt gerade genau nicht daran erinnern. Ich müsste nachschauen, wer gerade im Finale gestanden hat. Das ist dann auch einfach nur zweitrangig. Das stimmt, wenn das Backblech rausgeholt wird. Ich glaube, zu irgendeinem anderen Turnier ist das auch tatsächlich nochmal mitgenommen worden. Das war auch ein Highlight. Wie ging es dem Backblech anschließend? Es war verbeult, ja. Also man hat die Steine gesehen. Es gab, da habe ich gerade angefangen, Jogger zu spielen. Das muss 2015, 2014 oder sowas gewesen sein. Da hat Bielefeld noch ein Turnier ausgerichtet und da wurden auch Steine gespielt, natürlich. Damals, wir hatten ja nichts. Und da wurde in dem Finale auch ein Gong aufgehangen, also Metallblech und dann wurden da zweimal 100 abgezählte Steine gegengeworfen und der Gewinner, des Finals, durfte dann dieses Blech als Erinnerung an das Turnier in den Haufen nehmen. Das war leider viel zu leise. Da hat so ein Backblech einfach mehr Wumms. Also das hat man auf jeden Fall gehört. Ich meine, das gibt es auch als Video online, das Finale und man sieht das, meine ich auch. Wenn nicht, glaube ich, kommt es noch. Dann gab es noch in Laufen mal wieder ein Turnier, ganz überraschend. Laufen richtet ein Turnier aus. Das war dann der fünfte Württemberger Cup. Ich glaube, es war auch wieder ein Tagesturnier, Hauptzielgruppe, natürlich wieder die Südteams aus der Umgebung. Ich war dementsprechend nicht da, aber ich nehme an JJ immer dabei. Ja, ich war da. Ich war da mit den Seven Sins. Das war ein Abschlussturnier und ich glaube, sogar auch Einladungsturnier, wo laufende Leute eingeladen haben. War ein Tag gegen den Samstag. Am Abend konnte man, wenn man, glaube ich, Lust hatte, noch auf Nix Geburtstag vorbeischauen, der zu dem Zeitpunkt 18 geworden ist. War auch ein extrem schönes, chilliges Turnier. Gab es einen ärgerlichen Zwischenfall, glaube ich, in Stuttgart, wo einer den Schnelltest gemacht hatte vor dem Turnier löblich und der anscheinend fehlerhaft positiv war und dadurch super viele Personen aus dem Stuttgart-Bereich nicht gekommen sind, weil die sich halt im Vortag noch mit der Person getroffen haben. Aber am Ende stellte sich das als Fehlerrahmen raus, was ein bisschen ärgerlich ist, aber das bringt dieses Pandemie-Jahr wohl mit uns oder die Pandemie-Jahre. Da hatten wir ja bei WTC richtig Glück. Es war dann einer, der sich nach dem Turnier positiv gemeldet hat, der hat aber anscheinend niemanden angesteckt. Ja, da hatten wir einen Schreckmoment, weil wir tatsächlich gegen die gespielt hatten und zwischen WTF und Kranium gibt es schon so eine etwas längere Freundschaft. Das ist, glaube ich, auf unserem ersten Flensburger Turnier entstanden, das war 2017 oder so, wo wir halt als Jugendteam gegen Kranium gespielt hatten und dann hatten wir, stand es irgendwie 4-0 im zweiten Satz. Oh, nee, es war der erste Satz, es muss der erste Satz gewesen sein. Und dann hatten sie einen Moment des Schreckens und waren so, okay, wir müssen sie ernst nehmen. Und dann hatten wir den Satz leider noch mit fünf Jugs, die sie dann am Stück gemacht haben, abgegeben. Für uns war das zu dem Zeitpunkt so ein bisschen ein Team, zu dem wir irgendwie aufgeschaut haben ein bisschen. Irgendwie hat sich da so eine Freundschaft entwickelt und einer von den Schildspielern hat auch so ein Schild, wo man so mit Kreide so Sachen draufmalen kann und so. Und da war besonders meine kleine Schwester war da immer motiviert dabei, das mit Tintenfischen, die irgendwelche Schädel hochhalten oder so zu schmücken. Somit hat sich da so ein bisschen so eine Freundschaft entwickelt. Und bei WCC hatten wir dann halt gegen das Zweitteam gespielt und haben dann dementsprechend auch vor und anschließend auch ein bisschen rumgealbert und irgendwie auch nochmal einzeln gepompft. Das war dann glaube ich auch einer von denen, der den positiven Test hatte. Und war bei uns dann so ein bisschen so, oh, mit denen hatten wir tatsächlich Kontakt. Alle mal eine Woche lang immer mal wieder einen Test machen. Aber bei uns hat sich dann glücklicherweise keiner angesteckt gehabt. Da hatten wir Glück gehabt. Wir reden darüber übrigens so öffentlich, weil der Spieler quasi über die Orga auch bekannt gegeben hat, dass sein Name auch veröffentlicht werden kann und dass alle wissen, ob sie mit ihm Kontakt waren oder nicht. Ja. Da es immer noch an Sterndoch-Puhnudeln mangelt und die Restbestände sich immer weiter leeren, habe ich mir Gedanken gemacht und habe am 5. Württemberger Cup am Tag davor und am Ende des Turniers mit einem Teil von den Münchnern Puhnudeln durchbohrt mit einer Durchbohrungsmaschine, die ich mir mittlerweile gebastelt habe, die auf verschiedene kernrottigen Puhnudeln passend durchbohren kann. Und das ist schon extrem cool gewesen. Ich glaube, wir haben über 10 Puhnudeln durchbohrt, also jede Puhnudel muss auf eine gewisse Länge zurechtgeschnitten werden, damit das vernünftig funktioniert. Das sind dann so 60 bis 50 Zentimeter Stücke. Was ist der Bohungsmechanismus? Ein Metallrohr, was induktiv erhitzt wird, was halt dann eine Temperatur hat von so ungefähr 80 bis 115 Grad, 120 Grad, je nachdem, wie dick das Rohr ist. Und das schmilzt halt dann ein schön gerades Loch rein. Das ist halt sehr perfekt, weil durch Schneiden oder mit einem richtigen Bohrer reinbohren, glaube ich, zerstört die Struktur der Puhnudel komplett. Und so hat man wirklich sieht schon fast aus wie gekaufte Puhnudel, ein schönes glattes Rohr da drin. Und wenn man es halt passend machen kann, wir haben für 14er Kernrohr glaube ich gute 10 Puhnudeln gemacht und dann nochmal für 18er Kernrohr auch nochmal drei oder vier Puhnudeln durchbohrt. Das hat schon ganz gut geklappt. Auch in den Stückzahlen. 5000. Ich glaube, wenn ich davon jetzt Großwerbung machen würde, käme ich mit Bohren auf Turnieren gar nicht mehr hinterher. Das ist ein tatsächlich recht großer Aufwand, die Maschine umzustellen. Wenn die einmal auf eine Kernrohrdicke eingestellt ist, geht das recht fix. Dann braucht man vielleicht eine Minute für eine Puhnudel, um die fix durchzubohren. Aber wenn das jetzt Sonderwünsche kämen mit, ich bin 18er, ich bin 20erer, ich will lieber ein 12er Rohr. Das wird fast unmöglich. Ja, war schön, dass es da so eine kleine Hoffnungsschwimmer gibt. Ich war jetzt bei meinen Eltern Sachen ausmisten. Da habe ich einfach acht Sterne noch Nudeln gefunden. Was? Die hättest du verkaufen können. Die haben mittlerweile im Markt. Ja, ich habe die erst mal bei mir eingelagert. Das war gestern. Bisher bin ich zurückgefahren mit acht Puhnudeln im Gepäck. Ich habe mich gefreut. Und noch einen ganzen Sack EPP-Granulat zum Ketten auffüllen. Ja, das kann man immer noch gebrauchen. Unerwartete Schätze, ja. Großartig. Tatsächlich, wenn da Interesse bestehen sollte, dass jemand Puhnudeln durchbohrt haben möchte, es gehen, wenn das jetzt irgendwie Großfragen aufkommen, es gehen nur Puhnudeln, die 6,5 Zentimeter dick sind. Dünnere gehen nicht, dickere eigentlich auch nicht. ich werde nur eine Poolnur Lochgröße auf einem Turnier selbst durchbohren und vorher schreiben und ich werde dann pro Bohrung ungefähr kleinen Betrag nehmen oder einen Spendenbetrag, weil die Maschine selbst mit dem ganzen Induktionsheizgerät schon recht teuer war. Ich glaube, ich habe so um die 100 Euro oder so reingesteckt und die würde ich irgendwie so mit der Zeit ein bisschen abbauen. Wenn das dann alles bezahlt ist, dann werde ich das auch irgendwann vielleicht mal kostenlos machen, wenn der Aufwand dann doch nicht zu groß wird. Wo wir gerade so bei allgemeinen Sachen sind, dieses Jahr wurde ja auch noch ein neuer Schiedsrichterleitfaden veröffentlicht. Der wurde, ich glaube, letztes Jahr ging das schon los. Ich war auch anfänglich involviert, das mitzugestalten. Das ging dann irgendwann aus zeitlichen Gründen nicht mehr beziehungsweise die Öffentlichkeitsarbeit, die ich sowieso schon in Jaga mache, hatte dann für mich eine höhere Priorität. Aber wir haben jetzt einen neuen aktualisierten Schiedsrichterleitfaden, der so ein paar Unklarheiten und Vorgehensweisen einfach mal Unklarheiten ausräumt und Vorgehensweisen vorgibt. Die größte Änderung, die dadurch entstanden ist, ist das verallgemeinerte Anzählen, das Achtung am Ende des Anzählens. Das wirkte am Anfang so ein bisschen sperrig und da war ich noch bei der Diskussion dabei, als das festgelegt wurde, welchen Begriff nehmen wir denn jetzt? Weil es die Schwierigkeiten gab, wenn man jetzt bereit sagt, muss man unterscheiden zwischen rechtsbereit, linksbereit, beide bereit, das war irgendwie mal alles schwierig. Und manchmal sind sie auch gar nicht bereit, manchmal wird ja runtergezählt, dann wollte man halt einen neutralen Begriff machen und ist dann letzten Endes bei dem Kompromiss Achtung gelandet, der jetzt auch nicht allgemeine Zustimmung fand, aber der hat die Kriterien erfüllt und jetzt so eine halbe Saison mit Achtung gespielt, ich möchte es nicht mehr missen, es ist wirklich richtig gut. Ja, also ich finde auch, dass das sinnvoll ist, es tauchte eines Tages einfach so beim Training auf und eine Zeit lang war es irgendwie so, dass man, wenn man beide Teams bereit gerufen hat, hatte man dann das Achtung weggelassen, also wenn man so links bereit und dann waren die einfach rechts bereit und dann waren man so beide Teams bereit und dann ging es einfach los. Mittlerweile hat sich das Achtung auch in dieser Situation näher durchgesetzt. Es passiert natürlich immer noch mal ab und zu, dass man sich dann verspricht und alle Teams verwirrt. Ach nee, scheiße, Achtung, gerade zwar alles. Ja, oder halt dann dementsprechend man so links bereit, rechts bereit, beide Teams bereit, Achtung und dann rennen sie zu dem Zeitpunkt schon los oder reden später los. Also es ist eine Umgewöhnungsphase. Aber ich finde generell, dass die Fehlstarten tatsächlich halt besser zu handeln sind und dass auch man so einfach ein bisschen besser starten kann, weil man einfach ein bisschen mehr Gewohnheit drin hat und sich nicht immer auf jeden Schiedsrichtenden anpassen muss. Wenn sich das jetzt auch einmal in der Saison weiterhin durchgesetzt hat und das jeder kennt und dann wird das auch beim Anziehen immer zum Standard. ich habe da immer noch meine Fehler, weil ich auch immer noch bei dem beide bereit bin und dann, aber das wird auch besser, dann zählt man nochmal neu an, gibt den Teams nochmal kurz Zeit und dann wird es auch besser. Und ich glaube, wenn das halt jeder macht und das einmal so ein einheitliches Ding geworden ist, dann ist das deutlich besser wie das, was wir vorher hatten, dass jeder sein eigenes Ding macht. Ich fand aber, was mir da jetzt aufgefallen ist, bei WCC, da habe ich ja auch ein Spiel mit den Franzosen, also wo die Franzosen gespielt hatten, geschiezt, wo man dann halt auf Englisch anzählt. Da war ich mir dann nicht mehr so genau sicher, welchen Begriff ich jetzt sozusagen anstelle von Achtung benutzen soll. Habe ich mich, ich weiß gar nicht, was ich am Ende dann gesagt hatte. Ich glaube, ich habe Brady gesagt oder so, weil das so als nächstes kommt. Hat sich glaube ich auch dann auf dem WCC durchgesetzt. Kann sogar sein, es hat so eine Orga-Ansage gehabt. Aber da ist es mir nochmal richtig stark aufgefallen, dass dieses Achtung echt viel Sinn macht, weil man sowas Einheitliches hat. Es fehlt uns, finde ich, generell noch so ein Glossar für das internationale Jugga, wenn man es einfach mal auf dem Feld mit dem Gegner auch kommunizieren will. So einfach, du stehst, dann sage ich aus unbedachten Denken immer you're up und dann denken die ah, up, er schickt mich runter. Ich so, nein, 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 hoch, hoch. Also ab, Richtung oben, weil Brainfahrt und so, das müsste man halt, bräuchte man auch mal einheitliche Begriffe, um da auch einfach so ein bisschen fehlerfrei zu kommunizieren. Aber gut, das wird sich ja, denke ich mal, jetzt einfach auch, weil die Community auch enger zusammenwächst, ergeben. Ich würde vielleicht noch ein paar Worte zu dem kleinen Flensburger Nikolausturnier sagen. Das war halt, wie der Name schon sagt, Nikolausturnier. Also das war ein Eintagesturnierchen an einem Samstag und es war dann halt tatsächlich so, dass wir gefühlt mit zwei Kieler Teams da angekommen sind. Dann halt die klassische Flensburger Besetzung und irgendwie drei Lübecker da waren. Somit war das dann nicht mal ein Bändchenturnier, sondern einfach so ein, wir mixen die Teams durch und spielen dann einfach ein paar Spiele und dann mixen wir die Teams wieder durch, weil es in der Kombination nicht wirklich Sinn machen würde, die normalen Teams zu spielen, weil die Lübecker halt keins vollgekriegt hatten und dann halt der Großteil von den Leuten, die da waren, Kieler waren. Somit haben wir das noch ein bisschen durchgemixt und da halt einfach einen netten Nachmittag in der Sporthalle gehabt. Ein kleiner, witziger Teil war auch noch, dass ich so zwei Weihnachtsmützen mitgebracht hatte, weil es war ja ein Nikolausturnier, man kann das ja machen und ich die dann halt immer so, immer Leuten gegeben habe und es war so, hier setz mal auf, hier setz mal auf und irgendwie im Laufe des Turniers, ich weiß nicht wie, hat es sich durchgesetzt, dass die Schiris immer die Nikolausmützen aufsetzen müssten und wenn man die Nikolausmütze nicht aufhatte, man keine Autorität hatte. Das heißt, am Ende waren immer die Leute mit der Nikolausmütze waren dann die Autoritätspersonen. Das fand ich eine sehr witzige Entwicklung und das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Es gab noch irgendwie ein paar andere, also ich glaube, irgendjemand hatte so eine kleine Mini-Nikolaus-Haarklammer und dann gab es noch irgendwie einen Hut oder so, das heißt, jeder von den vier Schiris hatte dann irgendeine Kopfbedeckung auf, wobei zwei davon halt diese Nikolausmützen waren. Das, dass die Leute in Hagen nicht wissen, weil wenn die kurzen spielen, haben die alle Nikolausmützen auf, nur im Blau, dann haben die alle Autorität. Eine Entwicklung, die sich über die ganze Saison gezogen hat, ist, dass wir jetzt mehr Leute haben, die filmen, also Pete von der leeren Menge ist dazugekommen mit seinem Kanal, Sassy Sunbird Productions, Ludwig von Leipzig filmt auch. Jugger Clips, oder? Jugger Clips, genau. Manu filmt natürlich auch viel und extrem viel, der hat ja jetzt glaube ich drei Kamerasets mit denen irgendwie am Start ist. David hat Unterstützung bekommen von Finn, auch von der GAK, der schneidet so ein bisschen was mit und Porns machen ja auch weiter Content und Spielvideos und so. Ich finde es echt ganz angenehm, dass es jetzt einfach eine viel höhere Abdeckung der Spiele ist und ich mich zum Beispiel gar nicht mehr entscheiden muss, mache ich das Spiel oder das Spiel, weil ich weiß, okay, das andere wird halt von wem anders gefilmt, das ist ziemlich cool und wir haben ja auch Manu in das Jugger Media Kollektiv aufgenommen, der hatte, also die war schon immer ein enger Austausch mit allen Medienschaffenden im Jugger und weil er dann halt auch nochmal quasi so ein bisschen seine Qualität gefestigt hat und da auch gesagt hat, ich würde gerne halt auch so ein paar Sachen investieren und geht das darüber, ist er dann auch jetzt damit reingerutscht und liefert ja auch weiter ab. Ich glaube, der kann bis zum Sommer nächsten Jahres in seinem Turnus Spielvideos hochladen. Das ist völlig verrückt. Ja, ich glaube, er bringt zwei Videos die Woche, wenn ich das richtig im Kopf von ihm habe. Irgendwie so, ich habe die Liste hier noch rumstehen, er hat so einen Plan, wie viele Spiele er noch hat und dann halt durch die Anzeige teilt und so. Da kommen jetzt ja auch immer noch regelmäßig Spiele, ich habe ja auch noch Spiele, die sich im Schnitt befinden. Da kommen wir, glaube ich, mit durch den Winter, auch wenn die Turniere eher rasend. Das ist was, was dann wieder auf der WCC recht gut aufgefallen ist. Wenn das so groß ist und so viele Teams da ist, gibt es doch irgendwie zu wenige, um alle Spiele zu filmen. Du hast halt keine Chance, weil die Leute, die Filme spielen ja auch und dann hört es halt irgendwann bei so einem Turnier auf. Die Franzosen haben einen Livestream gemacht. Ich weiß aber gerade nicht, wie der Twitch-Kanal heißt, aber es ist halt auch nur in Grenzen und das eine spanische Team, die einen Sponsor haben, die haben auch irgendwas gemacht, deswegen habe ich die nicht gefilmt, weil die dann halt nur gefilmt werden dürfen, wenn sie ihren Sponsor präsentieren und ich mache keine Sponsoren, deswegen habe ich das leider nicht gefilmt, aber so insgesamt schon viel. Ich hatte noch mal so eine allgemeine Frage für Jugga-Videos und so. Es wurde ja beim WCC auch angekündigt, dass jetzt irgendwann demnächst dieses Jugga-Tube online kommt. Gibt es da irgendwelche Informationen, wie weit das in Produktion ist? Es kann sogar sein, dass wenn wir den Podcast hier veröffentlichen, dass dann Jugga-Tube schon online geschaltet ist. Ich bin dabei, mit Nadine ein Erklärvideo zu machen. Also ich bin da nicht großartig dran an der Konstruktion von Jugga-Tube beteiligt. Ich liefere Daten zu und betreue das so ein bisschen mit. Und es gibt schon eine funktionsfähige Version, die wird aber halt noch verbessert und halt noch so ein paar Sachen, wie das dann Impressum rein muss und so. Wenn das geschehen ist, kommt das online und das wird halt hoffentlich innerhalb der nächsten Wochen sein. Das war aber auch schon der Plan zum WCC, sonst hätte man da die Sticker nicht gemacht. Also die Hoffnung war eigentlich, das zum WCC schon veröffentlichen zu können. Es gibt halt eine Person, Sebastian, der da dran arbeitet und der hat halt einfach ein begrenztes Zeitpensum und deswegen kommt er nur in begrenzten Intervallen dazu, daran zu arbeiten. Aber es gibt eine Version, die hat die Hauptfunktion. Also es ist ein Katalog von allen Spielvideos aus dem deutschsprachigen Raum und ein paar internationalen. Das wächst halt immer noch. Und da kann man dann nach unterschiedlichen Kriterien, sei es zum Beispiel nach gewissen Turnieren, nach gewissen Jahren oder halt auch Teams oder auch Begegnungen. Also wenn ich alle Spiele FKK gegen Tintenfische, die es irgendwo gibt, mal sehen möchte, dann kann ich mir die da auch anzeigen lassen. Und das ist halt alles über eine einfache Filterfunktion. Das ist sehr nett. Ich hoffe, dass es bald veröffentlicht wird. Wie gesagt, ich mache noch ein ausführliches Erklärvideo, da bin ich aber gerade mit bei. Und dann kommt das hoffentlich bald. Freue ich mich, dann kann Ronja endlich, oder kannst du endlich die Seven Sins kennenlernen, weil du sie ja vor dem Bellin Warsers nicht kanntest. Ja, also mittlerweile, mittlerweile weiß ich ja, wie ihr seid. Hab mir auch ein paar Spielchen angeschaut. Also so ist das nicht. Aber die hab ich dann halt einfach auf den Platz geschaut und nicht am Laptop. So weiß ich nicht. Mal schauen. Das Finale, was gelivestreamt worden ist von dem französischen Spieler, das ist tatsächlich online auf Twitch. Ich kann den Namen, glaube ich, gerade nicht aussprechen, aber Max wird das bestimmt auch in den Shownotes verlinken. Wenn man sich das ungeschnitten anschauen möchte, das ist ein ganzes zwei Stunden Videomaterial, dann gibt es das zumindest auf Twitch online. Und auch die Quality ist halt Livestream-Quality leider nur. Ich hab gerade mal bei den Prototypen von JuggerTube Seven Sins eingegeben. Da gibt es 66 Videos. Viel zu wenig, warum nicht 77? Da müssen wir auch dran arbeiten. Ich hab auch erfahren, dass der Vater von einem Jugger-Spieler wohl während des Finals auf dem Glockenturm war und von da oben runter gefilmt hat. Und diese Aufnahmen stehen auch David zur Verfügung. Ich bin so gespannt. Oh Mann. Ich vermute mal, das wird fett, aber es ist natürlich extrem viel Arbeit. Wir hatten ja, ich glaube, sechs Kameras oder so am Start. Und ich kenn's ja auch. Also ich hab ja das Finale von den Masters letztes Jahr geschnitten. Das war ja auch völlig überproduziert. Ich hab immer noch das Multicamp-Finale aus Jena bei mir im Schnitt, wo ich mich auch bisher noch nicht herangetraut hab. Ich hab erst mal die einfachen Sachen weggemacht. Das kommt jetzt auch irgendwann. Und ja, Zeit ist dann begrenzt, leider. Man bräuchte mal so ein paar so ein paar Schnittleute, die einfach nur das machen. Aber gut. Es kommt dann, wenn's fertig ist und damit sind ja auch die meisten fein. Gut, habt ihr noch irgendwas, was ihr so über das Ganze, über die ganze Saison gesehen erzählen wollt? Ich hatte das Gefühl, dass die Saisons unglaublich viele Kernerocker gebrochen sind. In Jena, glaube ich, sind meines Wissens nach zwei zu Bruch gegangen. Auf dem laufender Turnier ist, glaube ich, zwei zu Bruch gegangen. Ich glaube, sogar mehr. Also, es ging ja damit los, dass Luke sich eine Pompfe von Jonas geliehen hat und die erst mal schön im dritten oder vierten Spielzug zerstört hat, sich dann auch schön das Kernrohr in den Arm gerammt hat. Oh ja, stimmt. Und es sind, glaube ich, auch noch mehr Sachen gebrochen. Ja, also Manu's Q-Tube erinnere ich mich dran. Das ist schon zumindest jetzt die letzten Erfahrungen nach ein relativ hoher Schnitt. Es gab die Vermutung, dass das quasi, das ist ja alles RG-Bestellung, dass das quasi alle aus einem schlechten Batch kam und das sich jetzt quasi so rausgefiltert hat, weil beim WCC gab es doch relativ, also dafür so ein großes Turnier war und sich so viele Leute verletzt haben, gab es wenig Pompenbrüche. Die Vermutung hatte ich auch. Ein anderer Teil war einfach, dass durch den Winter, wo es keine Turniere gab, dass einfach die Leute auch nicht mehr so gewohnt waren, ihre Pompfe so zu spielen, wie sie sie sonst spielen und andere Schlagtechniken teils ausprobieren oder mit einer anderen Elan wieder in die Spiele reingegangen sind. Aber das wirkte jetzt bei den Brüchen, größtenteils zumindest die, die man auf Video hatte, nicht so. Ja, also das, was ich mitgekriegt habe, war auch wirklich einfach Materialversagen und gar nicht Fehlbenutzung. Das ist natürlich ärgerlich, wenn du so ein 35-Euro-Kernrohr hast, plus dann noch Segetape, plus Puhnudel, Männigkeiten, sprich ungefähr 40 Euro, 50 Euro, mal eben einem Schlag vernichtest. Gleichzeitig habe ich aber auch neulich im Training, was ich nicht hätte tun sollen, mich mit dem ganzen, also ich habe Schild gespielt und mich mit dem ganzen Gewicht auf eine Pompfe gelehnt, die ich halt am Boden fixieren wollte und die hat es gehalten. Also das kann schon. Ja, das Material kann schon. Aber klar, was die Bedingungen sind, dafür sind wir, ist das ein wenig abgesteckter Rahmen, als dass wir da wirklich herausfinden könnten, auch die Schnelle, woran es liegt. Ja, dann würde ich das Ganze zum Abschluss bringen. Ich weise noch darauf hin, dass es dieses Jahr keine Regelwahl gibt, die wird ausgesetzt. Es wird aber auch gleichzeitig ein oder eine neue Regel hütender gesucht. Auch gesucht wird jemand, der die DM im nächsten Jahr austragen kann. Für beide Sachen darf man sich gerne im Forum melden, wenn man da Bedarf hat. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass wir gerade so ein bisschen im Umbruch sind. Es gab ja immer mal wieder Mixed-Teams, die sich gegründet haben und zusammengefunden haben. Jetzt hat sich das, finde ich, durch das Pandemie herausgefiltert. Ich erwarte, dass wir im nächsten Jahr ein paar festere Bindungen sehen, was diese Mixed-Team-Gestaltung angeht und natürlich auch ein paar reguläre Transfers. Das, denke ich auch, dass sich das in den nächsten Jahren wieder festigen wird. Ist irgendwie mal schön zu sehen, aber irgendwie finde ich es doch ganz gut, wenn man weiß, auf welche Person man trifft, wenn man ins Spiel startet. Dann kann man sich ein bisschen darauf vorbereiten. Aber natürlich macht die Abwechslung das ganze Thema Söldnern wieder sehr spannend. Ja, dann bleibt mir gar nicht mehr viel zu tun, als euch für die Teilnahme am Podcast zu danken. Danke, JJ, danke, Ronja, dass ihr das mit mir gemacht habt. Wir sind lange genug dabei. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und wir sehen uns alle in irgendeiner Form in der nächsten Saison wieder. Danke, Max, für die Einladung und bis auf den nächsten Juggerfeld. Ja, ich wollte auch nochmal für die Einladung danken. Das war sehr schön. Dann lasst uns alle gemeinsam ballern, bügeln und laufen lassen. Juggerfeld Vielen Dank.